Ja, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend. Hörst du dieses leise, sanfte Rauschen im Hintergrund? Das ist ein Wasserfall oder, ja, eine Strömung. Ja, es ist ein Wasserfall. Es ist so entspannt und irgendwie hat man ja nach den Drang so richtig aufs Klo zu gehen, oder? Perfekt, um am Samstag diesen Stream zu starten, würde ich sagen, oder? Einfach mal so tun, so ein Rauschen hinten, so ein Plätschern, dass es richtig ins Klo reingeht. Ja! So, meine lieben Freunde, hallo. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Das dauert 18.30 Uhr, ich möchte mal gleich... Das darf doch nicht wahr sein. Robert! Anonym, das darf doch nicht wahr sein. Ey, ich habe nicht mal noch gestartet. Jetzt komm schon. Ach so, scheiße, ich habe schon mal. So, Lost, ich habe nicht mal... Ich habe nicht mal... Nicht mal Zeit gehabt, einzustellen. Guck dir diese Scheiße, Mann. Jetzt sind wir hier... Einfach der Professionelle. Schau mal, streamt drei, vier Tage nicht. Man streamt drei oder vier Tage nicht und es geht gar nichts. Seht ihr das? So. Damit wieder alles hier für den Fuchswolf... Ähm, Dingsbums... Äh, Kacke. Macht's mal ein Herzring rein. Das darf doch nicht wahr sein. Sag mal anonym. Das ist... Das ist... Ne. Ja. Er ist einfach mit unter einer der verrücktesten Dudes ever. Er ist mit unter einer der verrücktesten, der absolut verrücktesten. Gut, auch schon im Chat. Immer bereit... Ja, natürlich. Immer bereit für... Für Besseres. Diesen Stream hier heute... Hm. Diesen Stream widme ich heute Kurt. Diesen Stream widme ich heute Kurt. Wisst ihr, warum ich diesen Stream heute Kurt widme? Weil... Er... Also wir beide RLO... Mit anderen Leuten natürlich, aber... Wir haben RLO gegründet. Das ist das... Das ist der Grund, warum wir hier heute sind. Deswegen widmen wir heute diesen Stream Kurt. Oder? Das ist... Das ist mal ein Ding. Wir widmen diesen Stream heute einfach Kurt. Ja? Da freut er sich. Ne? Ja. Alle... Alle... Ein Like... Ein Like für Kurt da lassen. So ein Ding ist das. Haha. Siehst du... Und weil das Like schon so brennt... Ähm... Gibt's hier... Gibt's hier einen Daumen nach oben. Es brennt. Es brennt. Guckt ihr das an. Es brennt. Wisst ihr, was ist so? Wisst ihr, was ist das immer... Guckt ihr mal da. Schau mal hier, der Däumchen nach oben. Schau mal diese... Wisst ihr, was ich an der Animation so verstörend finde? Dieser Grinser. Oh ne. Lacht sie auch immer so, wenn sie auf den Like-Button schallert? Ich weiß ja nicht. Mein Gott. Ich hoffe, dass mein Internet durchhält. Und schön, dass du wieder zurück bist. Liebe geht raus. Ja, ähm... Schön. Ich hoffe, dass das Internet auch durchhält. Ich hoffe, dass es bei mir natürlich auch durchhält. Wir müssen noch jemanden brechen. Wir müssen zwei Leute brechen, actually. Wir müssen Jan und... Ähm... Ding brechen. Ah, mir fällt der Name nie ein. Markus. Disabledred... Oh mein Gott. Jetzt sind wir alle fröhlich auch noch. Jetzt sind wir auch noch fröhlich. Was soll denn das jetzt? Auf einen schönen Stream wünsche. Einen wunderschönen Abend. Ja, guten Tag. Herr Fröhlich. Guten Tag, Herr Fröhlich. Oh man, oh man. Fröhlich ist auch dabei. Wir sind fröhlich. Danke für 50 Euro. Und anonym mit 100 Euro. Junge. Was? Marcel heißt er. Mann. Wieso bin ich immer auf Markus? Was? Oh mein Gott. Was ist in dich geritten, so viel Geld? Hier in mich zu investieren. Was ist bloß in dich geritten? Auch an Fröhlich. Was ist bloß in euch geritten? Mein Schmeier, du. Oh. 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 Haha. Da, da haben wir was gefunden. Ja, warte, aber der Spot. Wow. Ja. Okay, der Spot ist geil. Wenn es nicht gerade mit der Airwonder. Das ist geil. Ich fahrzeuge gerne Autos, aber so reparieren, das interessiert mich so gar nicht. Wie die kam eh nicht in Frage. Genauso wenig wie Marschitz. Was? Wie war ich das? Statement. Er fährt gerne Auto, aber reparieren juckt ihn halt null, ne? Also, das ist mal eine Ansage. Da haben wir... Boah. Ist Orangenfarmen jetzt plötzlich im Trend hier, oder was? Ich freu mich schon. Wer 10, Freunde, auf 3.0 werden sie alle hier irgendwo herumfarmen. Die Pizzeria wird irgendwo Holz hacken. Die werden Tomaten farmen, die werden Tomaten farmen, die werden Mehl kaufen. Verdammt, Mann. Die werden alles farmen müssen. Haha. Die werden so richtig... Ja, ja. Die werden viel zu tun haben. Freu ich mich schon. Wazel wird so richtig so... Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, auf der Academy ist was los. Schauen wir mal einfach mal hier ein bisschen durch. Aber auch mal ein dickes Herzchen hier für fröhlich. Und der Krieger zieht nach mit 20 Sub-Gifts. Jetzt... Hey, Leute, habt ihr alle... Sag mal... Habt ihr alle... Keine Ahnung. Habt ihr Geld geschissen? Oder wie sieht das aus hier? Das... Achso, ist das... Achso, ist das... Ah. Das ist dieser fiese Spot, wo der Rauch direkt in den Berg reinzieht. Schaut euch das mal an, Freunde. Das siehst du ganz dezent. Ja, das ist nicht der Rauch. Das siehst du gar nicht. Schau mal. Du musst da unten vorbeifahren. Dann zieht der Rauch einfach in den Berg rein. Das ist einfach Sherlock over 9000, ne? Ja, ja. Den Spot können wir schon. Challenge ist Jans ein neues Headset zerstören auf jeden. Mindestens das. Nur dieses Mal muss, bevor der Kopfhörer auffliegt, schon die Trommel, die Hörmuschel zerschaltet sein. Alter. Bedankt euch mal bitte beim... Bei Fröhlich, bei Anonym und vor allem an die, was jetzt gerade VIP bekommen haben. An Krieger363, der hier 20 Sub-Gifts gerade gespendet hat. Herzlichen Dank an alle, die hier gerade VIP bekommen haben. Rein in die Abo-Falle. Ja. Oha. Sie machen Häuser-Kampf. Danke, Robert. Danke, Zocker-Matis. Und wir brauchen ein Rammstein-Mobil, aber echt nicht. Schau, Häuser-Kampf, schau. Schau, wie süß. Schau, wie süß. Schau, da oben, der Schwitzer. Ich durfte Weinberg damals teilen, dann. Aber wie sind da Häuser? Ja, aber das ist gar nicht so blöd, ne? Mit dem... Mai bekommen viele doppelten Lohn. Okay, also... Ja, davon kann ich nur träumen, ne? Das kommt man doch erst später, oder? Doch nicht hin. Aber okay, jede Firma macht das anders. Aber wie sie Häuser-Kampf spielen. Schau, wie süß. Der kann wohl gleich so... Gibt's ne Runde 2? Oder mach ich damit mit spannender Musik? Es gibt Runde 2. Alter. Das Team Lord Nero, Vichgal und Yannick... Boah, die rippen da aber. Ninja, Horvath. Das ist schon mein Ersten. Leute! Es ist keine 10 Minuten her und mein Game ist das erste Mal erfolgreich gecrashed. Für mehr Crash und mehr Bugs in 5M bitte gerne ein Abo da lassen. Für ehrenhaften Weiter-Content. Wir geben 5M ein bisschen in Amtsspur. Komm, 5M! Ah, bitte. Es hat nicht länger gedauert, oder? So, wir haben hier André Stanek mit 2,49. Danke für deine Aufmutterung in den Streams. Danke fürs Dabeisein. Kuss geht raus. Ja, F in den Chat. Ach, scheiß auf euch, Chat, Alter. Scheiß drauf. Selbst der Clown da lacht mich schon aus. Was ist denn das? Alina, danke für 5 Euro. Wie geht's dir? Bestens. Bestens. Mir geht das wirklich wundervoll. Edina gönnt 5 Sub-Gifts. Dankeschön, Edin. Dankeschön. Chat, bedankt euch an alle VIPs. Mal, B-E-M-C mit 5 Euro. Was ist ein Ritter bei den Kannibalen? Dosenfutter. So, der musste raus. Es hat gerade so geschallert. Es hat nicht geschallert, es hat gedrückt. Das ist richtig. Jetzt wache ich da... Weißt du, jetzt wache ich da auch mittendrin auf in der Scheiße. Mann. Das wollte ich zwar nicht. Oh, scheiße. Ich sollte eigentlich weg. Ja, es tut mir leid. Ich wollte nicht aufploppen, Jungs. Ich hatte einen Gamecrash. Jetzt haben die... Jetzt hat das andere Team gerippt. Guck. Warum denn zweimal? Was ist denn da passiert, sag ich einmal? In der Streamer-Mode. Gucken wir mal. Die Frage ist, wenn man jemanden tasert und der ganze Strom geht durch den Körper, ist dann eigentlich auch der Schließmuskel getasert und man kann sich anscheißen? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Ich weiß. Ihr fragt euch nicht, ob ich auf sowas komme, aber... Irgendwie frage ich mich das gerade wirklich, ja? Gebt mal einen PD-Funk. Ich habe Kokain, ich habe Gras, Coca-Blatt, Kusch. Macht nichts. Habe ich alles dabei für den Eigenbedarf. So. Es wird eine harte Nacht, sage ich euch. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Game jetzt nicht mehr crasht. Will ich wohl hoffen. Ich habe gar keinen Bock. Jetzt habe ich mir schon wieder so einen Marker hier gesetzt. Mensch. Das ist mit Tab, ne? Wenn ich mal rein-tab. Okay. Jetzt kommt die Besprechung, jetzt kommt die Nachbesprechung. Wie, wie passen... Ach du Scheiße. Zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Leute in den BMW rein. Ich habe so etwas tatsächlich mal in Real Life gemacht, ne? Eigentlich habe ich da mal... In Real Life bin ich mal gefahren, halt, ne? In meinem Auto sind wir drin gesessen. Und ich habe einen Dreitürer. Ich habe einen Dreitürer. Einen kleinen Dreitürer. So ein Coupé-Stadtauto. Zu siebend. Das war... Das war die neue Definition von Stapeln. War das. Das war schon... Das war Kudelmuddel. Ein Wort beschreiben war es einfach Kudelmuddel. Der echte G. Ich wollte mir sowieso mal ein paar Häuser anschauen. Ich werde jetzt dann den nächsten... Werden die ganzen Häuser mal auf 3.0 gemacht. Auf 3.0 werden dann die ganzen Häuser gemacht. Und ich habe die Ehre, dass ich sie konfigurieren und setzen darf. Das wird mega viel Arbeit. Aber ich freue mich trotzdem schon drauf. Ausstatt-Prolease-Blue-Land, du Sauhund. Ich schleiche dir einfach. Aber ich will ja mal schauen. Ich setze mich mal in den Homeland Charger. Ich will mal schauen, welche Häuser man alles konfigurieren kann. Ich weiß, dass Kudel sich da... Es kommen so auch Custom-Häuser. Also, ich muss ja gespannt sein. Ich will mal... Da gibt es Häuser, die könnte man theoretisch konfigurieren, was ich weiß. Aber es wäre das Ziel, dass es so viel wie möglich Häuser gibt. Ich muss nur mal schauen. Ich gebe mir mal den Makler-Job. 211 Makler. Falls jetzt die armen Makler da sind. Nein, ich bin alleine. Gott sei Dank als Makler. Lass mich mal schauen. So, da sehen wir, wo überall Häuser sind. Wo sie verkauft sind und wo sie nicht verkauft sind. Wie wir sehen, das Gebiet hier... Oh, da gibt es keine Häuser. Da unten auch nicht. Das Gebiet hier hat definitiv Potenzial. Man könnte auch so... Da gab es mal so Häuser. Die waren dann mal da irgendwo... Wait, wait. So. Aber auch Wohnungen, Häuser, alles mögliche. Ich will nur mal ein bisschen mir so durch die Maps schauen. Solange kein Auftrag kommt. Da zum Beispiel. Schaut mal her. Hier. Das sind Garagen. Das sind Türen. Da kriegst du allein schon... Eins, zwei... So, da ist noch eine Garage. Also da kriegst du schon mal einiges an Häusern hin. Immer so zwei, drei, vier... Alter, da kannst du gar reingehen. Habe ich einen Schlüssel geklaut? Naja, aber so Wohnungen. So kleine Scheißhäuser. Wobei, ist das ein Motel oder... Ne, das ist... Ist das eine Wohnanlage? Scheiß drauf. Kann jetzt... Auch hier. Schaut mal allein, was hier Wohnungen zum Beispiel... Was man hier machen könnte. Ist ja geisteskrank. Die ganzen inneren Türen, oder? Aber die Häuser da zum Beispiel... Nebenan. Schaut mal. Das sind einfach Häuser. Die gibt es einfach noch nicht. Da. Dieses Haus zum Beispiel. Das wäre geil zum Setzen. Das daneben auch. Hat das eine... Das zum Beispiel hat schon keinen Parkplatz mehr. Könnte man ein bisschen... Das hat zwar eine Tür. Das hat einen Pool. Aber das hat keinen Parkplatz. Fällt mir gerade auf. Irgendwo, ne? Nicht von hinten. Oder doch von hinten, maybe. Ah! Doch, schaut mal. Okay. Icy. Der Parkplatz hinten. Hat da oben einen Parkplatz. Können wir verwenden. Und die Tür sogar hinten machen. Für die ganz... Für die ganz coolen. Was haben sie heute Mittagessen? Das Teppery. Ich hab halt... Irgendwie kann ich mich nicht orientieren, was heute das Mittag, das Abendessen und so. Weil wir... Heute haben wir so zeitversetzt. Irgendwie schon um 10 Mittagessen. Das ist auch ein Haus, das ist ein Haus, das ist ein Haus, das Potenzial hat. Das ist ein Haus, das Potenzial hat. Die ganzen Wohnungen, das kann man eigentlich alles machen. Aber das sind alles hier leerstehende Häuser. Schau mal, wie viele Wohnungen hier auch noch sind. Aber die ganzen... Stimmt, die ganzen Hochhäuser. Kurz Ocean... Ocean ist eh Geschichte. Aber hier zum Beispiel das Gebiet. Da hab ich ja eh erst gesetzt, die ganzen Häuser. Jetzt kommen die ganzen... Kuschkaktus, dankeschön. Gut, in dem Gebiet hab ich eh schon gesetzt. Was ist mit dem Haus da vorne? Okay. Das zum Beispiel hab ich nicht gesetzt. Warum auch immer. Das könnte man auch setzen, weil das ist ein wildes Haus. Aber hier, das zum Beispiel auch nicht. Warum hab ich das nicht gesetzt? Gegen der Tür, maybe. Das ist auch ein wildes Haus, kann man auch noch setzen. In den Hills, da ist auch noch eine ganze Straße. Weil mein Ziel ist wirklich, dass gefühlt alles mit Wohnungen und Häusern zuge... ...lasst... ...der ist... Was zur... ...was zur Hölle... ...also das ist wieder eine Top-Leistung vom LAPD, würde ich sagen. Was zur Hölle soll... ...was... ...was ist das? Mach mit Admins einen Amoklauf, aber sicher nicht. Wohnungen ins Hochhaus pflanzen hatte ich eh vor, aber... ...Ammoklauf? Nö. Regelbruch bei uns, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wär auch geil, wenn du den Golfclub da kaufen könntest, aber das wär zu Matsch. Das ist ein Hotel, da werden wir nichts reinpflanzen. Aber da sind auch noch sauviele Häuser. Achso, die sind... Ah, jetzt bin ich kein Makler mehr, klar, dass ich das jetzt nicht mehr sehe. Ah, linken Journal, informativ, aktuell keine sichtbaren Rauchwolken. Ah, die können schon Korrafein finden. Da oben die Straße, da waren auch die Häuser alle frei. Ich frag mich nur, warum. Ich will da wirklich einmal die ganzen Häuser durchgehen. Das wird ein Spaß. Das wird mich Stunden kosten, aber ich freu mich irgendwie auf die. Oder gar nichts. Aktuell noch nichts. Ich lauf mal noch ein bisschen näher ran. Ich bin auch aktuell ein bisschen weiter weg. Ah, okay, das geht ja online, glaube ich. Ja, informativ für euch. Erwohne ist jetzt über euch. Das ist die Straße. Allerdings, den weit oben. Ja, check. Ah, die checken da gerade. Die haben gerade irgendwas. Das ist doch ein geiles Haus. Das dürfte sicher wilde Aussicht haben hier, oder? Ja, passt bitte auch auf. Nicht, dass das irgendein Hintritt ist. Aber wir gehen dann gleich zuschauen, was da los ist. Das ist eine geile Aussicht, würde ich mal sagen. Okay, das ist ein richtig geiles Haus hier. Chat. Oh mein Gott. Das ist ein richtig... Ich rufe den letzten Dispatch mal. Das schaut mal. Das schaut von hinten so klein aus. Aber schaut euch mal das Haus an. Das ist heftig. Ja, auch mit so einer Dachterrasse. Dachterrasse. Ich habe den Herrn vom Dispatch. Wer hat einen Dispatch? Ja, ja, check. Dann rütt du mit ihm. Ich sehe hier weit und breit keinen Korra. Ich hoffe, mein Dill... Ach komm, muss ich mir doch nicht schauen, wie der... Oh, nee. Alles klar. Und die da unten jetzt gespottet, oder was? Also sie sind schon über alle Berge geguckt, die sie da... Und die mit dem Hubschrauber abkaut? Wie hat denn der... Wie hat denn der... Wie hat denn der... Wie hat denn der Reikus die entdeckt? Die siehst du ja fast nicht. Okay. Stranger Things. Wie die ist auf jeden Fall gerade auf Drogenerfahndung. Okay, ich gehe weiter meine Häuser anbuchen. Hallo Sonja, guten Tag. Angelique Wunder. Liebe Grüße von meinem Mann. Carsten liegt im Krankenhaus. Bekommt ein neues Bein aus Carbon. Ach du Scheiße. Sorry, ich habe gefunkt. Wirklich, hat er seinen Fuß verloren, oder was? Äh, kannst du mich nachher mal anrufen, wenn du Zeit hast? Positiv. Kriegt er eine neue Version von seinem Bein, oder kriegt er ein neues? Also informativ, die Kocher sind halt unter uns, stehen da an der Spalte. Ey, dankeschön. Und richte ihm liebe Grüße und allerbeste Besserung aus. Schlauch mal in die Richtung, ich guck mal von oben. Ja, wir haben gerade genau da drüber. Stell dir zu laut sein, da. Dankeschön, auf jeden Fall. Das ist auch ein geiles Haus. Das sieht auch cool aus. Ich mag das, wenn man hier so einen... Wenn man keinen Zaun hat. Das ist auch cool. Der Baum triggert mich. Baum, wenn du nicht da wärst, wäre die Aussicht perfekt irgendwie. Und du kannst zu Nachbarn direkt rüber schauen, guck mal. Hallo Nachbarn. Hi. Hi. Das nennt man dann wirklich Nachbarschaftsliebe eigentlich, ne? Wenn man es so nimmt. Oh Mann. Ja, die Grove Street wieder sowieso die kompletten Neu. Das muss ich sowieso alles neu machen. Es kommen auch sau viele Häuser da, jetzt am Landgebiet. Das wird auch richtig cool werden. Ja, da muss ich dann alles custom setzen. Aber anscheinend ist es in den Hills... Das ist krass. Es fehlen eigentlich wirklich nur... Actually, einige Häuser fällt mir gerade auf. Ich hab grad nicht... Ich hab grad von der... Ich hab grad von der Kamera weggezogen. Aber einige Häuser in den Hills sind auch noch gar nicht verkauft. Woran das liegt, haben die keinen Parkplatz oder so? Aber ich muss die eh nochmal alle durchgehen. Irgendwie... Das Haus da find ich auch so sick. Das da. Das ist so richtig geil, das Haus. Da kann man nix sagen. Aber ich bin... Was ich auch extrem fühle, ist irgendwie dieses Haus. Also das Haus, das fühl ich so. Vielleicht nehm ich mir so ein kleines Vorrecht raus und irgendwie reservier ich mir die Putze da. So für meinen... Für meinen Char irgendwie. Aber das Haus find ich so geil. Das ist nämlich so abgelegen hier. Aber so simpel und klein. Aber die Aussichten ins Meer runter. So ein schöner kleiner Bungalow. Aber die Einfahrt und alles. Das ist so ein cooles Haus da. Das ist sicher richtig geiles AP-Spielen. Aber ja. Mal schauen. Das, was ich jetzt hab, ist ja auch eigentlich babamäßig. Aha. Hab ich hier Nachbarn? Warte mal. Ich muss stalken. Was für das Homeland-Haus da? Gute Idee. Ich hab Nachbarn. Jetzt hab ich keine Nachbarn mehr. Shit. Ich wollte grad eigentlich meinen Nachbarn stalken gehen. Okay. Never mind. Und bitte ist wieder Smet. Wer ist denn da in der Kirche? Das wollte ich gar nicht. Wollte da jetzt jemanden? Oh da. Wollte niemanden jetzt. Also ich würd sagen, er fühlt's halt auch, ne? Ich hab schon echt viel gesehen auf RLO. Aber ich hab noch nie jemanden gesehen, der sich da hersetzt und Klavier spielt. Einfach so? Ich hab das wirklich noch nie gesehen. Ich wusste nicht mal, dass da oben eine Orgel ist. Aber es ist eine Riesenorgel. Aber warum? Ich würd sagen, das ist, das ist Next Level gefangen im RP. Also wenn er jetzt noch Orgelmusik laufen hat, dann, glaub ich, dann, glaub ich, bin ich komplett weg. Also. Ich glaub, ich lass den mal ganz schnell das. Ich glaub, der ist da gerade wirklich. Ich glaub, der fühlt sein Orgel-RP gerade wild. Der Gotaner. Er ist zwar kein Trojaner, aber er ist ein Gotaner. Das ist wirklich wild, mein Lieber. Das ist wirklich wild. Oi, 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 oi. Das Supreme Court ist meine nächste Station. Warum leckt denn das so? Was ist denn da? Einfach mal, Jockel. Einsatzplanung. Gibt's heute einen fetten Gerichtstermin, oder was? Wer ist denn da? Wazel. Mark Rumpa. Willibald Wurst. Gefährlichsten Männer des Staates. Er orgelt richtig rein. Was ist bei unserem lieben LAPD los? Oh, Mann. Das ist doch... Das ist doch SWAT, oder? Guten Tag, Herr Material. Guten Tag. Mittlerweile schon Frau Matario, oder? Muss man schon fast sagen. Was passiert? Er sagt, er legende Unterstützung benötigt. Ich bin vernetet. Wo sind Sie gerade im County? Ich bin gerade an den Wohnmobilen, also aktuell noch beschäftigt. Ja, Jack. Würdest du dann bitte einmal zu den Heli-Pensern von Police Academy kommen und gehen mit? Sag er mal. Ja, Jack. Super, vielen Dank. Ich glaube, das sind gerade wieder Sachen, die ich nicht sehen hätte sollen. Okay. Wir gehen weiter. Weißt du, an jeder Ecke von L.A. kommst du irgendwo hin und irgendwo sinkt eine Scheiße. Das ist halt... Das ist halt... Warum? Ich glaube, der ist gerade scheißen. Freunde, ich glaube, der ist gerade fett scheißen. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich gehe wieder der Academy. Der Academy. Warte mal. Ach, 1 in 7 war man noch nicht. Hallo, 1 in 7. Gut, da sitzen zwei. Der eine sitzt vorm Busch, der andere sitzt im Busch und der andere liegt am Boden. Er steht da und denkt sich so, hm, was machen die da? Jetzt kommt er wieder vor. Was machen sie? Planen sie da was? Tja. Ähm. Was macht der? Vielleicht gucke ich noch ein bisschen rum, aber ich glaube, ich habe jetzt alles abgeschaut. Ich habe auch mal versucht, hinten in den Garten zu gucken. Du könntest theoretisch, ich weiß mal, du musst es mal ausprobieren. Äh, du könntest meine Scheiße auch schauen. Die sind auch gefangen. Die sind erfolgreich gefangen, würde ich sogar sagen. Ich denke, im Griff, der hält jetzt wieder 10 days in Misses. Da hinten, das kann nur die Airborne sein, oder? So. Ich schaue mal wieder zur Academy. Bei mir bist du aber nicht. Doch, guck mal, ganz unten. Ah, das ist die aber nicht. Weil ich, äh, unterwegs da. Nein. Das war nicht. Ganz unten an der Academy. Ach, der, ja. Na gut. Und da soll ich mich dazu eintragen, ja? Genau, trägst dich als Zweitbesatzung dahinter ein, dann sieht er an. Was waren die da drüben? Die diskutieren gerade über irgendein Tablet. Also ich finde das super. Könntest du mich vom Mission Raw aus mitnehmen? 2.06? Jawohl. Ja, 2.06. Das ist nicht besser. Gerade vorhin war es noch lustig. Da haben sie sich weggetasert. Da ist jemand im Knast. Wer hockt denn schon wieder im Knast? Der Perry. Perry hockt im Knast und schaut fern. Oder überhaupt? Na, kann man nicht. Kannst du dich mal fernschauen im Knast. Guck. Die fangen im Knast im RP. Pssst. Na gut, die da drüben bauen an. Das ist sowieso. Im Autohaus ist jemand am Parkplatz. Aber wahrscheinlich nicht am Arbeiten. Gut. Da ist eine Frau, die ist weiß, trägt weiße Klamotten und hat weiße Haare. Und mäht wie ein Schaf. Warum? Steigt in eine pink-violette Corvette und fährt weg. Das war gerade mä, oder? Ja, das war gerade eindeutig mä. Also wenn das gerade nicht irgendwie ein Schrei von der Ziege war, weiß ich auch nicht. Das hat sich zumindest so angehört. Mensch, mein Gott. Da rast jemand über den Highway. Wohin? Ach, das ist der, der den Korra vorhin gemeldet hat. Was machen sie denn nur? Das war doch... Das war doch gerade sowas... Hat sich ein bisschen wie Stoffel angehört. Stimmt eigentlich. Das sollte man weiterverfolgen. Da, da. Das hat sich wirklich wie Stoffel angehört. Mäh. Mäh. Vor allem der Name. Sheet on my bed. Zu gut Deutsch. Scheiß auf mein bed. Schau, Walter White, Heike, Aker Heisenberg. Ist schon voll dran. Ja. Geben sie Gas. Ich finde, der Korra mal ein bisschen... Ich finde, der Korra mal ein bisschen RP gespielt. Wir müssen da... Wir müssen da ein bisschen an Pep reinbringen. Das Ganze. Wir müssen... Wir müssen da die Insel ein bisschen aufwecken. Im Moment sind die Leute noch nicht so motiviert. Ich könnte mal probieren. Ich könnte mal irgendwie probieren. Ich glaube, das ist PET-Script. Ich könnte mal probieren, als Geisterauto... Das wäre irgendwie lustig. Ich könnte mal probieren, als Geisterauto... Also quasi als selbstfahrendes Auto... Auf die Academy zu fahren. Und schauen, wie sie reagieren. Oder? Das wäre lustig. Schauen wir mal. Car. So, ich mache mich jetzt zum Tesla. Und ich werde jetzt der Tesla. Alter, ich dachte schon, der hat mich jetzt gesehen. So, ich werde jetzt zum Tesla. Jetzt muss ich so eine richtig sexy Tesla-Stimmung machen. Tesla. Nein. Kannst du mal ganz freundlich winken. Aber gerne doch für euch. Hallo. Der Cringe ist wieder am Overloaden. Schatz, Vater Tesla verliert sich auf die Academy. Der Panzerfahrer. Danke für 10 Euro. Du bist der Beste. Dankeschön. Schau, schau. Der Grazer fährt mit der Highspeed-Unit herum. Tesla. So, wie ich mit dem Tesla fahre. Schau. Ich bin schon früh fertig jetzt. Schau, das juckt dich nicht, dass da der Tesla vorbeifährt. Schau mal. Tesla, an. Ich muss zu irgendeinem Commander fahren, der richtig am Rad dreht, wenn es da vorbeifährt mit dem Tesla. Ist da irgendwo ein Commander? Der Panzerfahrer. Dankeschön. Ah, da. Linken 58 und Rookie 3 bilden Adam 58 und zu einem Straßenwagen. Schau, schau, jetzt kommt er schon. Schau, schau. Koppel, Fuchs. Schau, wie bad. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt setzt du mit dem Tempomaten rein. Hast du mit dem Tempomat herum. Guck jetzt. Wir müssen zu irgendeiner Ladestation. Gibt's irgendwo eine E-Ladestation auf der Academy? MINA, gell? Ähm, der kann zwischen die Konformatik. Ich hab hier einen Tesla auf dem Academy-Gelände, welcher nicht auf meine Anhalte-Signale reagiert. Der Tesla. Ich hab hier einen Tesla, der nicht auf meine Anhalte-Signale reagiert. Bitte da. Ist ja die Pajim schon übel Panik. Wegen so einem Tesla. Der hat doch gesehen, dass keiner drin sitzt. Dankeschön, der Panzerfahrer nochmal für 30 Euro insgesamt. Warte mal. Ich glaub, hinter dem FD gibt's so eine Tankscheine. Warte mal. Ist hier eine Tankscheine? Das Kennzeichen durchgegeben. Das Kennzeichen. Kennen wir? Angemeldet für sich, oder? Jack Davis. Schau, schau, schau. Ich bin hier zum Schlenen gekommen. Ich bin hier von ihm. Tesla, aus. Ich bin hier von Stein, es ist kein Insasse da drin. Schau, ich bin hier mit. Schau. Nicht erkannter Parkplatz. Tesla an. Neue Route geplant. Fährt wieder weiter, fährt wieder aufs Roll. 10 Kilometer bis jetzt. Ich glaube, ich werde das wohl auch hochfahren. Schau. Jetzt haben wir hier gleich feinstes, feinstes AP. Jetzt gibt's die fetteste Verwollungsjagd. Oh mein Gott. Unbefahrerbarges Gebiet. Hindernis voraus. Hindernis frei. 2 Kilometer. Fahren gerade, vielleicht gerade, ist der Kännis, die Sender. Ich bin in einem Kilometer da. Schau, wie mit dem Tesla rum. Sag mal, kommt da jetzt wirklich das ganze PD? Das darf doch nicht wahr sein. Hoher Batterieverbrauch. 30 kmh. Hindernis voraus. Neue Route geplant. Tesla weicht aus. Hoher Energieverbrauch. Objekt voraus. Kollision hinten links. Tesla weicht aus. Tesla schaltet in den Eco-Modus. Hindernis voraus. Tesla plant neue Route. Kollision voraus. Abstand nach hinten 10 cm. Aua. Tesla weicht. Kollision vorne rechts. Ich schläge Nagelbände. Tesla bleibt stehen. Ich glaube, ja, das ist einer von den geschissenen Modellen da. Da ist wahrscheinlich so ein Fake-Chip drin von China. Naja. Wahrscheinlich ist einer von Wish gekauft. Deswegen... Mach mal ein Stück vor, bitte. Ich probiere mich mal einzusteigen. Fährt eher so aus. Ja, von Wish. Türen blockiert. Sie kommen hier nicht rein. Geben Sie das Passwort ein. Passwort. Geben Sie das Passwort ein. Passwort. Passwort ist falsch. Passwort 123. Das Passwort ist falsch. Hier mal die Null. Das Passwort ist falsch. Tesla. Das Passwort ist falsch. Was ist denn kurz schließen? 420 und noch eine Null. Das Passwort ist falsch. Hat 1, 2, 3, 4 schon auszuprobiert? Wo ist es aus? 1, 2, 3, 4. Dieses Passwort hatten wir schon. Es ist immer noch falsch. Na viel Spaß. Hat es sich los. Also, tschüss. Mal ob wir die Motorhaube aufbekommen irgendwie. Weg von der Motorhaube. Kommst du in die Tür rein? Oh, na. Fenster? Weg von der Motorhaube. Weg von der Motorhaube. Das kitzelt. Weg von der Motorhaube. Tesla aktiviert Kitzel-Modus. Das kitzelt. Route neu planen. Frage. Reifen von dem Fahrzeug. Verschießen am nächsten Mal. Wir werden abdrehen und wieder Fortbildung weitermachen auf dem Academy-Beländer. Tempomat 100. Aktives Ziel voraus. Stopp. Tesla fährt weiter. Das Fahrzeug jetzt veranlassen. Okay. Ist ja keiner drinnen. Wird's damit machen. Weil der ist nächstes Mal auf dem Academy-Beländer fahren. Schließlich für den Reifen stoppen. Ja, ist Frauenfähig machen. Weil da ja keiner drinnen sitzt. Das erlaubt ist, oder? Dass ein Fahrzeug fährt. Ohne Fahrer innen drin mit Autos. Und wenn wir jetzt mal herausfühle Gefahr darstellen. Ja. Will erwarten, bis die Batterie da ist. Ich bin jetzt schon die Perflexe wieder Punkt. Punkt. Danke. Ich mach jetzt, ich mach heute Tesla-Streife. Raffi, dankeschön. Auf einen schönen Samstag. Abendstream mit interessanten Einblicken und Überraschungen aus Homeland. Ja. Abstand nach hinten. Fünf Meter. Lichtsignal aktiviert. Das wird halt der Geister-Tesla werden. Linken 24, 10, 26. Stopp. Linken 28, 7, 3, 6. Weißt du, das ist jetzt witzig, weil, wenn ich jetzt doch mal kurz, wenn ich jetzt wieder schneller auf die Academy komme und der Typ checkt nicht so, dass wir da sind, wisst ihr? Der fährt Desmet, der hat jetzt die ganze Zeit so nachgefahren und jetzt fahre ich wieder auf die Academy rauf. Ich könnte jetzt so tun, als ob ich jemanden abhole beim PD in der Academy drin. mit offener Türe hinfahren und dann sagen... Zur Abholung. Tesla ist schon wieder auf der Academy. Sie haben ihr Ziel erreicht. Informativ, der fahrerlose Tesla ist am Police Academy gelandet. Sie haben eine Mitfahrgelegenheit gebucht. neue Route, neue Route bitte auf dem Tablet eingeben. Neue Route bitte auf dem Tablet eingeben. Wählen Sie jetzt Ihre Route. Ladestatus 100%. Bitte wählen Sie Ihre Route. Bitte wählen Sie Ihre Route. Ladestatus 100%. Bitte wählen Sie Ihre Route. Ladestatus 99%. Motor aus. Ich auch nicht. Äh, nee, warte. Okay, da gehört noch Sicht zum Tesla. Türe schließen. Tesla an. Ich mag die Autos auch nicht. Sie haben eine neue Nachricht. Abhören. Ich höre die Nachricht ab. Auto gebucht in der Grove Street um 19.20 Uhr. Kollision. Kollision. Ladestatus 98%. Tesla rückwärts. Kollision. Achtung. Kollision. Ja. Schlafen wir die Reifen. Daddaten. Ich fühl zu, da. Ich schlafe die. Schlafen wir die Gefährdungsstufe auf Akku aktuell und setze eine Elternpflicht sowie Waffen und Schossicherungen bestehen und als Priorität rauswerfen. Guck. 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 Ha he. Motor, ein Elektroauto ist immer noch ein Elektro-Motor. Kollision. Wie fertig die sind. Okay. Leute, kann man warten, oder? Das PD komplett fertig. Oh mein Gott. Warte mal, ich mach das jetzt bei anderen. Ich bin heute der fahrbare Tesla. Wobei, ein Tesla ist sowieso immer fahrbar. Das laber ich eigentlich. Ich bin heute der Geister-Tesla. Sie haben ihr Ziel erreicht. Reifen-Aufblas-System aktiviert. Das hätte sie jetzt nichts gebracht. Das haben sie ja nicht mehr gehört. So, warte mal. Das ist eigentlich noch ein anderer Homelander da. Bin ich gerade der Einzige. Nö. Ich bin gerade der Einzige. Das selbstfahrende Tesla. Ich fahr jetzt einmal zu allen hin. Ich bin jetzt im Kartell. Schau in die Straße dort. Ich muss gerade einladen. Ich fahr jetzt ein bisschen fast in den Tesla hin. In fact two und linken 24. Ich würde einfach nur interessieren, wie die Leute darauf reagieren. Jetzt fahren wir dann mit dem Tesla schon. Äh, liegt für die Sam. Du musst dich neu erzeugen. Bitte geben Sie Ihre Route ein. Ladestatus 96%. Geben Sie auf dem Tablet Ihre Route ein. Bitte geben Sie die Route ein. Ladestatus 96%. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Guten Tag. Ähm. Okay. Bitte geben Sie die Route ein. Ladestatus 95%. Keine Ahnung, da sitzt keiner drin. Ich weiß, ich fährt ja von alleine. Willkommen bei Tesla Taxi. Ich glaube, der Bootcomputer hat eher einen. Mach ja weg. Wollen Sie unsere Dienste? Nein. Ja, weiter. Türe schließen. Tesla hat es akzeptiert. Schönen Abend noch. Tschüss. Stopp. Warte mal. Zum Taxi direkt eine Konkurrenz. Schau mal, das wird jetzt sicher. Das wird sicher lustig, wenn wir direkt zum Taxi fahren. Guck mal. Homeland war anders. Selbstfahrende Tesla Taxi. Tschö. Ich glaube, dass jemand einen vergessenen Modus aus dem Tesla auszumachen ist. Ich glaube, das ist ein selbstfahrender Tesla. Ja. Geben Sie die Route beim Navigationssystem ein. Ladestatus 94%. Hast du irgendeinen Tesla gekauft, der von selber fährt? Weil hier ist irgendein Tesla, der redet und von selber fährt. Bitte geben Sie die Route ein. Ladestatus 94%. Beifahrer sitzt im Auto. James, ist es dein Tesla? Nein. Schönen guten Abend, Sir. Bitte geben Sie die Route ein. Ah, das machst du gerne. Route. Angenommen. Ladestatus 94%. Geschätzte Fahrzeit 4,5 Minuten. Strecke 1,55 Kilometer. Stopp. Kann das Auto auch kochen? Ich kann leider nicht kochen. Hm, schade. Ich frage mich, wenn ich dieser Tesla gehört. Hatten Sie einen schönen Abend? Ja. Ja. Bis jetzt, ja. Das freut mich. Rot. Tesla hält. Motor aus. Rookie 1 und Victor 14, wegen Victor 14, sind 10,8, 10,8, 10,8. Ich glaube, ich kaufe noch ein Tesla. Kann man die Kiste noch kaufen eigentlich irgendwo? Keine Ahnung. Tesla an. Tesla, wie teuer sind Sie? Das dürfen Sie im Autohaus nachfragen. Das hängt von meiner Konfiguration ab. Funktioniert hier denn auch okay? Okay, Google. Wie bitte? Okay, Google. Okay, Google funktioniert nicht. Hallo, Mercedes. Tesla, aus. Hallo, was wollte ich eigentlich, was wollte einen der Werkstatt eigentlich? Tesla aktiviert. Zusatzmotor. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das unser Auto und, ja. Ah. Tesla hat Zusatzmotor aktiviert. Gott. Bitte anschnallen. Okay. Oha. Oha, oha. Bitte anschnallen. Kollision. Kollision. Zwei Meter voraus. Alternative Route planen. Tesla weicht aus. Sie haben ihr Ziel an der rechten Seite erreicht. Kollision. Kollision. Fünf Meter hinten. Kollision. Fünf Meter hinten. Vier Meter links. James. James, was willst du jetzt hier? James, was willst du jetzt hier? Adam 58 mit einem 1086 von einem Jobfahrzeug am roten Parkhaus. Sie wollen eine neue Route? Ich glaube, ich muss das bestätigen. 2,4 Kilometer bestätigen. Ja. Ja. Neue Route geplant. Ladestatus 92%. Geschätzte Fahrzeit 1 Minute 45 Sekunden. Wollen Sie den Zusatzmotor aktivieren? Ja. Ja, bitte. Zusatzmotor aktiviert. Anschnallen. Das geht hier aber richtig ab. Hier erklären wir das dem PD, wenn wir jetzt angehalten werden. Grün. Rot. Wenn wir angehalten werden, sagen wir, der Tester gehört nicht uns. Er ist einfach bei uns ausgekauft. Und da ist das PD auch schon. Und es fährt uns hinterher. Perfekt. Tesla aus. Ja, wir kennen. Tesla an. Geplante Ankunft in circa 30 Sekunden. Geschätzte Entfernung 800 Meter. Wer einfach weiterfährt. Radar voraus. Zusatzmotor aktiviert. Ah, perfekt. Geschätzte Ankunft in 25 Sekunden. Aktueller Ladestatus. Ja, wenn du vor der Polizei abhaust. Aktueller Ladestatus 87%. Also ich möchte zum Taxi Cab wieder gefahren werden vom Tesla. Ziel in 100 Metern. Der schwarzen Tesla, der nicht auf Warnsignale reagiert. Das Ziel befindet sich an der rechten Seite. Neue Route. Sie wollen eine neue Route. Neue Route ist 3,36 Kilometer entfernt. Ist das die richtige Route? Ja. Kollision. Guten Tag. Kollision. Drei Meter nach links. Ich glaube, ja. Tesla an. Dieser Tesla, er stammt plötzlich bei uns auf dem Hof. Wollen Sie den Zusatzmotor aktivieren? Ja. Ja. Zusatzmotor aktiviert. Schnallen Sie sich an. Ich glaube, der Kopf hinter uns ist auch verwirrt. Stopp. Kollision. Kollision. Zwei Meter hinten. Tesla fährt weiter. Tesla, wie schnell bist du? Sollen wir dem Tesla hinterher fahren oder nicht? Hoher Energieverbrauch. Aktueller Ladestatus 85%. Tesla, wie schnell bist du? Wollen Sie weiterhin den Zusatzmotor aktivieren? Der Stromverbrauch ist höher. Können Sie dem sagen, dass er anhalten soll? Im Autopiloten. Tesla an. Äh, Frank, äh. Ada voraus. Tesla aus. Tesla hält in der nächsten Gasse an. Tesla aus. Handbremse aktiviert. Tesla hält. Gutes Auto. Ja, ich glaube, ich schaue es mir auch. Ich habe noch. Einen Tag als Auto. Einen Tag als Auto. Raffi, mach mal einen Herzring für Raffi rein. Herzlichen Dank. Ich habe einen ersten Tag bei dir. An dich und an der Panzerfahrer. Beide, Dankeschön. James, du musst dich um alles kümmern, ne? Ja, ja. Der hört ja auf dich, der Tesla. Kollision. Zwei Personen links. Tesla auf Fensterscheibe links runter. Fensterscheibe wird links geöffnet. Fensterscheibe geöffnet. Servus. Guten Tag. Ihr Tesla fährt so schnell. Bitte nicht am Lack so anlehnen, bitte. Kollision. Fenster links. Ja, ihr Tesla fährt ein bisschen schnell, ne? Ja, es ist noch alles in der Erprobung. Wollen Sie den Zusatzmotor aktivieren? Nein. Doch. Nein. Wir müssen ja alles testen. Ja, können Sie dem sagen, dass er 80 fahren soll? Sie wollen den Testmodus aktivieren? Das kriegen wir hin. Okay, wäre super. Testmodus aktiviert. Oh nein. Tesla an. Na gut. Oh nein. Okay. Dann fahren Sie bitte weiter und sagen Sie ihm, er soll 80 fahren. Alles klar. Wollen Sie weiterfahren? Ja, weiterfahren. Tesla, Testmodus aktiviert. Ich glaube, das ist ein paar Jahre alt. Aktionskontrolle eingeschalten. Tesla, Testmodus. Tesla, Testmodus. Achtung, sehr hoher Energieverbrauch. Wollen Sie den Zweitmotor weiterhin eingeschaltet lassen? Kollision. Tesla, Bremssystem aktiviert. James, du musst dich da rumkümmern, du bist der Beifahrer. Guter, neu geplant. Ja, alles Gute. Autopilot funktioniert auch gut. Ich setze, das Ding gleich leer ist. Extrem hoher Energieverbrauch. Aktueller Strom. 70 Prozent. Ah, 70 Prozent reich noch. Ja, ganz in Unfall. Kollision. Links. Im Kofferraum ist ja immer so eine kleine Ladestation. Kollision behoben. Tesla fährt weiter. Stopp. Tesla fährt weiter. Ah ja, die Polizei sind wir schon mal los, ne? Ja. Jetzt wäre es schon geil, in so eine Bank reinzufahren, ne? Tesla soll... Er ist schon in Kollision. Sie wollen in eine Bank reinfahren? Nein. Nein. Am Hauptplatz, mit dem Kennzeichen. Ich muss ja aufpassen, dass der Pessor noch welche von der Autobahnbrücke springt. Alternative Route, Zeitersparnis, eine Sekunde. Sie haben ihr Ziel an der rechten Seite erreicht. Vielen Dank. Dankeschön. Ach, der Gott hält mich fest so. Schönes Auto, ne? Ja. Tesla wünscht einen schönen Abend. Danke gleichfalls, Tesla. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bin der Türe noch gewunken. Irgendjemanden würde ich noch gerne nerven. Am Hauptplatz. Jetzt fahre ich am Hauptplatz mit Magic Tesla. Ich fahre jetzt noch auf dem Hauptplatz. Ich will nur kein RP unterbrechen jetzt direkt. Ich mache das ja nur bei Leuten, die gerade einfach Spaß suchen. Ein bisschen die Stimmung zu heitern. Oh, das LAPD ist voraus. Sehr schön. Da. Tja, 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 tja. Kollision, voraus. Tesla, aus. Tesla aus, ey, was ist? Was ist denn hier los? Also ich sehe, dass ein Tesla ist. Hat der dieses Autopilot gedöhnt? Ich glaube, der hat das Autopilot bekommen. Zu deiner Information, der Tesla steht hier am Hauptplatz. Polizio, Tesla aktiviert den Parkmodus. Oh, 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 oh. Ey, der kann schon abwachen. Wird das schon geil? Tesla aus. Kann man die irgendwo kaufen, oder? Sieht gut aus, man verkauft. Franz, danke für 10 Sub-Gifts, mein Bester. Ich habe nur die Polizomer mit angesehen. Herz für Franz rein. Er hat irgendwer herbekommen. Den gab es schon mal beim Hauderhaus, den hatte ich auch mal gehabt, aber den konnte es doch damit nicht. Ähm. Inspektur ruft letzten Dispatchern. Werd ich wahnsinnig, oder? Geben Sie die gewünschte Route ein. Hallo. Radestatus. Sekunde, Herr Oberfahrer. Also wir sind hier am Hauptplatzparkplatz und hier ist gerade hier. Jemand mit nach einem paar Flaschen Wodka völlig besoffen in so einen GT86 eingestiegen. Nee, 63, GT63, Mercedes. GT63, ja, Richtung Pillbox hoch. Danach wissen wir nicht. Alkohol ist gefährlich am Steuer. Richtig. Gut erkannt. Nein. Äh, dunkelgrau. Die Farbe dieses Autos ist dunkelblau. Steig ein, Henry, wir haben ein Taxi. Wo fahren wir hin? Gute Frage, das weiß ich nicht. Geben Sie die gewünschte Route ein. Ein Auto ist auch hier ein bisschen klein für meinen Kopf. Das ist... Das tut weh. Er muss den Kopf halt einziehen, keine Ahnung. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Wo fahren wir hin? Das ist eine gute Frage. Tesla aus, Energiesparmodus an. Könnten wir hinfahren. Wo ist Jan, weißt du das? Ja, ich weiß, wo Jan ist. Warte. Ich muss gut im Navi gucken. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Oh nein, das ist jetzt lustig, die Gasse zu finden. Warte mal. Hier runter. Nur verlaufen wir halt. Aktueller Batteriestatus. Hier. Ach so. 64 Prozent. Ungefähr in die Richtung. Tesla hat eine Route aktualisiert. Fahrlänge 1,85 Kilometer. Geschätzte Fahrtdauer 1 Minute 30 Sekunden. Sie wollen diese Route fahren? Ja. Ja. Tesla bestätigt. Nur verlaufen wir halt noch 500 Meter. Gucken wir mal, ob wir richtig auskommen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Dankeschön. Sie wollen den Zusatzmotor aktivieren? Ja. Zusatzmotor aktiviert. Energieverbrauch 100 Prozent. Oh oh. Bitte schnallen Sie sich an. Ja. Ja, ich glaube nicht, das ist eine gute Idee. Ach du Scheiß. Ich wusste ja, dass E-Auto für gute der Versorgung. Geschätzte Ankunftszeit. 35 Sekunden. Ich wusste ja nicht, Alter, ich habe den Kopf. Hilfe. Warte mal. Haben wir jetzt eine Verfolgungsjagd mit einem selbstfahrenden Tesla? Rote Ampel. Ich glaube nicht. Tesla aus. Ja. Ist unser Fahrer jetzt Tesla? Wir haben einen selbstfahrenden Tesla. Ja, genau. Das ist Energie. Ich muss nicht anhalten. Geschätzte Ankunftszeit in 35 Sekunden Kollision. Wollen Sie mal bitte rechts ran. Bereich Rot. 50 Zentimeter links. Klitzergerät voraus. Okay. Hallo? Sie wollen den Kollision einen Meter links. Wir sitzen gerade in einem selbstfahrenden Tesla. Wollen Sie den Turbo aktivieren? Liebes Auto, fahren Sie bitte rechts ran. Wollen Sie den Turbo aktivieren? Geschätzte Ankunftszeit. Die lassen uns aus. Turbo aktiviert. Oh oh. Warum darfst du denn vor allem ja, Cleo? Wir haben den Turbo aktiviert gerade. Sie haben ihr Ziel auf der linken Seite erreicht. Ja, vielen Dank. Dankeschön, liebes Tesla-Fahrzeug. Schönen Abend noch, Tesla. Schönen Abend. Tesla wünscht einen schönen Abend. Ja. Die jetzt direkt zum PD fahren und fragen, ob sie ein Taxi brauchen dort. Das wäre lustig. Oh mein Gott. Franz, ich danke dir nochmal vom ganzen, ganzen Herzen dafür. Freunde, wir schaffen mal die 10 Likes. Wenn ja, dann schaltet drauf auf den Like-Button. Auf die 10 Likes. Ich freue mich auf euch. Ich will ja mal irgendjemanden vom LAPD mitnehmen. Das wäre irgendwie ultra funny. Stehen da eh gerade alle. Kommt da irgendwo wer vom PD? Was macht er? Tja, wie es da oben alle sind. Ich glaube, da kommt demnächst keiner raus. Ich fahre wieder auf den Hauptplatz. Ah, da. Tja. Achtung. Hydrant. Ein Meter vorwärts. Tesla aus. Tschüss. Tesla, Ladebetrieb. Aktueller Batteriestatus 65 Prozent. Aber der Mustang hat auch ca. 65. Notlassen sich nicht auflädt. Tesla, Ladebetrieb. Aktueller Ladestatus 66 Prozent. Und mein Mustang ist schöner. Ich fahre mal zur Pizzeria. Warte mal da, Arjan. Das sind die zwei Mad Cops von vorhinter. Aktueller Ladestatus 65 Prozent. Ah, die haben gar keinen Bock. Das ist so nett. Oh mein Gott. Sind am Hauptplatz, Leute. Warte mal, das ist da drüben. Warte mal, ich muss... Ich fahre da zur Verkehrsanhaltung und stelle mich daneben hin. Sie haben eine neue Nachricht. Das war der Klavierspieler. Ah, der Orgelspieler. Tesla, aus. Aktueller Ladestatus 60 Prozent. 11,11,4,3. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Tesla, Tesla, für dich. Nein, Tesla, für dich. Niemand mag Elektroautos. Niemand mag selbstfahrende Autos. Bitte geben Sie die gewünschte Route ein. Aktueller Batteriestatus 59 Prozent. Bitte geben Sie die aktuelle Route ein. Dann macht das mal bitte, weil um 20.30 Uhr fängt Verhandlungen an. Wir müssen noch auf Fahrradmitglieder warten von uns. So viel kann das eher nichts passieren. Kollision, rechte Seite. Batteriezustand schwach. Tesla geht in den Stromsparmodus über. Tesla, aus. Passiert das gerade wirklich? Es wird aufhören, die Medikamente zu nehmen. Herr Tesla, das... Aber in einem Stromsparmodus ist fährt er vielleicht langsamer. Tesla hört. Können Sie auf einem Parkplatz parken, vielleicht? Tesla sucht den nicht gelegenen Parkplatz. nächstgelegener Parkplatz. 2,3 Kilometer. Aktueller Batteriestatus gering. Route zu weit. Tesla aus. Ich hätte auch einen Benzinkanlister. Tesla, dich mag immer noch keiner. Könntest du bitte irgendwo hin und andere Leute nerven? Nein, Tesla. Ich hätte auch einen Benzinkanlister. Tesla, wenn du qualmen und stinken würdest, würde ich dich ja sogar noch nehmen. Optisch bist du ganz schön, aber sonst nicht. Aktueller Batteriestatus gering. Enrico, danke für 5 Euro. Viel Spaß. Dankeschön. Kuss geht raus. Und Bobby, du darfst den Agent mal herzlich kräftiger Schreck mit Grüßen von Bobby. Grüße aber auch an dich. Dankeschön für 5 Euro. Kollision. So, schau mal lieber Tesla. Im iPhone-Akku müsste sicher zum Parkplatz kommen. System overload. 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 Test. Oder so. Jetzt hört die Frage, was ist das machen, wenn wir bei einem selbstfahrenden Land sind? Ja, ich muss den gerade mal an, ob der da irgendjemand weiß. Äh, wo haben wir denn da? Guck mal, ob der überhaupt noch ein Beats ist. Also zur Notwähne nehmen wir aus Erraten von der Milizium-Paterie. Ja, haltet mich, so ne kleine Frage. Wir haben hier gerade ein Problem mit so nem Haufen Elektroschrott. Äh, so ein komischer Tesla ist unter Kontrolle geraten. Könnt ihr den abschleppen und irgendwie verwerten? Tesla hört. Ne, einfach verschrotten am besten. Aktuelle Reichweite 10 Meter. Äh, ja, wenn du von uns aus Richtung Ekelius gehörst, auf der Straße stehen wir schon. Aktuelle Reichweite 10 Meter. Batteriestatus 9. Super, danke dir, wenn du mal eben vorbeikommst, ne? Danke, ciao, ciao. Wollen Sie den Energiesparmodus aktivieren? Star 3 für 11, David. Star 3, go ahead. Wollen Sie den Stromsparmodus aktivieren? War gut? Ne. Reichweite mit Stromsparmodus 12 Meter. Also ich find's super. Oh wow, 2 Meter mehr. Also ich find's super. Kennst du dich aus mit dem Haufen Elektroschrott? Ne. Alex Hero, dankeschön für den Euro, dankeschön. Und äh, Gag Finsternis, danke für deine Süßes. Ich küss dein Herz, dankeschön. Dankeschön. 1046, 1090, 1076, ist schon aufgedient. Da wird es mich auf der Tag kam. Ja ja, der in derFläche, komm. Sehr gut. Ja jetzt bin ich auf der Gang kam. aktueller ladestatus 8 prozent kollision kollision was ein meter links kollision links selbstverteidigungsmodus aktiviert bitte gehen sie von dem fahrzeug selbstzerstörungsmodus in zehn sekunden oh mein gott zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins selbstzerstörungsmodus im gange sie haben die selbstzerstörung aktiviert ist das geil ich habe das ding abheizt okay das passiert der will aber die idee will aber die straßen herrschen ich hab mal ich hab mal möchtest du die ad schreiben ich glaube der fälle wegweist man damals wurde nicht geändert dann äh ich hab's nicht verstanden einmal bitte die ad schreiben scheiße informativ an die kollegen im phone jetzt auf twitter posten jetzt läuft's verbrenne achte ich hab das fd ist gar nicht da oder na tsch 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 homeland löschen homeland matze löschen wie lösen sie das jetzt müssen wir das feuer wieder löschen müssen wir absperren hier mit homeland löschen helikopter aber es hat halt gerade so perfekt zur storyline passt aber haftbombe wäre geil letztes mal ja selbst fahrer der feuerwehr das machen wir nicht äh zwei mobile adem einheiten können keine standhafte objekt взlöseinheiten abstellen ich hab so ein iphone 8 wir haben alle feuerlöscher bekommen schon ins stand vor David dann gehen zwei adem einheiten im supreme court müssen umkreisen dann halt ich will mal wissen wer heute verhandlung hat überhaupt im supreme court die zwei adem einheiten Wo ist es? Wer hat denn im Supreme Court? Sicher Andrea. Ich habe jetzt vom Schuster die Sachen fertig, der hat nichts mehr. Die kann ich ihm also jetzt auch noch schicken, die letzte dann, den Brooks. Und dann habe ich alle soweit durch. Jett, machts mal leise. Ja? Machts mal leise. Genau. Da war noch eine, glaube ich, die ich nicht gemacht hatte. Die habe ich übersehen. Ja, ich bin nämlich von hinten jede einzelne Seite durchgegangen. Aber jede einzelne! Oh meine, ich hasse dich, Anne! Echt? Ja, wir haben hier den selbstfahrenden Tesla, der Selbstzerstörungsmodus eingegangen. Weg ist er. Und jetzt müssen wir die Straßen von McKellius zu uns und Mechanikern voll sperren, wenn ein Mikael rausgebrannt ist und es ist halt kein MD im Dienst, wie man fahren will. Ist okay. Ja, das kann sich gar gedauern, wenn man dort reingert hat. So, ich habe jetzt die Sichtlage, wenn man gut nicht stimmt. Absperren. Und... Großfrau mich absperren. Ja, check. Alles klar. Schlimm der Tesla. Darf ich weg für den Punkt 3.3 ein. Wie geil. Schau. Der Tesla. Irgendwann haut es nicht hoch. Irgendwann zerreisst das Ding, ja hundertprozentig. Der fährt mit der Supra. Ist der ein Supra? Der ist richtig. 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 Tja, wie ist alles? Ja, die Ohren. Hat was? Hat was? Hat was? Tja. Freunde, wir müssen mal wieder... Wir müssen mal wieder Stimmen bauen. Wir machen allen... Zicke! 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 Isen die Sticky? Die heißen Sticky Bomb. Give Weapon... Sticky... Oder war denn die Bombe? Da haben wir, wie heißen? Sticky... Achso, Weapon-Sticky-Bomb. Ich bin ein Idiot. Weapon... Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir eigentlich das Ding hier, jetzt müssen wir das Feuer löschen. Wie ein Stop-All-Fire oder so. Tschö. Jetzt könnte es dieser P da auflösen. Ach, oh Gott. Ich spreche aus der... Ah, da... Hätte auch gehört, es brennt. Ja, dann weg damit. Ja, wartet mal, geht da nicht zu nah ran. Wartet, wartet bitte aufs FD, ne? Also jetzt ist FD im Dienst. Aha. Warte mal, jetzt ist, jetzt ist FD im Dienst. Ja gut, die haben wir trotzdem RP, müssen sie halt nicht löschen. Genau, jetzt ist er peaked. Wollte jetzt nämlich die Leute nicht da weiter aufhalten. Aber macht er nix. Ein Stückchen Draht. Bisschen WD-40. Da lohnt immer Panzertrieb. Ja. Ah, das hätte wirklich Wunder. Und jetzt der böse Tesla. Oh mein Gott. Der böse Tesla, nee, nee. Jaren. Stimmt, ich sollte eigentlich Ayan. Der fährt da gerade. Der fährt da gerade richtig Matt und Milky herum. Matt und Milky. Wer ist denn da vom FD? Müssen wir schauen. Zwei sogar. Lord Nero. Ah. Schau da, Alter. Send Nudes. Die sind auf Stress aus, oder? Der eine ist... Die sind beide so hässlich tätowiert. Wir müssen uns, sag mal, vor die Black Series spielen, alle beide, und machen. Digga, der sieht da super aus. Was sieht der? Der sieht super aus. Was? Gibt's da wieder Orgel-RP? Oh mein Gott. Macht einfach weiter, Orgel-RP. Ich hab sowas noch nie gesehen, ne? Alter Schwede. Ah, die sind da. Ah, Jan. Ah, die können wir doch safe erschrecken. Da drüben. Wir warten sie an der Tür. Ich will auch Ayan erschrecken. Ayan 1, 2, 3. Kommt her, Jungs. Chat, mach's jetzt schon mal leiser. Ich weiß, ihr habt's Verzögerung. Oh, Gott, Alter. Gott, Jesus. Wäre jetzt Gott oder Jesus? Jesus, Gott. Ist Jesus nicht der Selby-Gott? Nee, das ist der Sohn Gottes. Echt? Hä? Ich hab Geld dafür bekommen, dich zu erschrecken. Wie, mich? Die Homeland Security ist bestechten. Sag mir den Namen. 21, David, 3, 11, David. Geh, ich kurz. Lass mich kurz helfen. 21, ja. Einmal bereitstellen in der Mission Row Garage. Dann vorn. SPD macht hier weiterhin gute Arbeit. Die Stadtwerke auch schon. Oh, Bob, der Baumeister. Herr Meier. Ein erster Gedanke wäre er erst gewesen. Das Auto will halt nur, dass sie abhaut, aber das Ding wirklich... Kannst du bitte zu Darren und Benzinkanister in die Hand nehmen? Ich hab diese Story schon gehört. Ich hab so lachen müssen. Ich hab die Story nämlich gehört. Das war... Das war ganz wilder Shit. Das war ganz wilder Shit. Glaubt ihr das? Ich hab's ja den Stream wahrscheinlich eh gesehen. Darren. Ich glaub, in dem Moment war Darren gerade ein Salzstreuer. Darren der Salzstreuer. Wo ist er? Aber Darren ist ein ganz korrekter Kerl. Er ist zwar, er ist zwar, er ist zwar, er ist zwar mad Darren, aber er, er ist, er ist nett. Ist wirklich ein ganz... Ähm... Ganz ein netter Junge. Ein netter Mann. Dann packe ich den aber schon mal aus und stelle ihn auf die Hand. Gut, aber ich würde dann... 20.30 Uhr beginnt die Verhandlung. Ich glaub, das Kartell hat heute, ne? So wie ich das gerade raushören konnte. Ich hoff, die machen da einen Transportüberfall oder so. Das wär magic. Scheiß, da oben auch jemand beim FD? Er ist nie aufgewacht. Kozi! Guck ihn dir an. Im Anzug. Schnieke wie immer. Schnieke. Da unten ist illegaler Drogentreff. Oder auch nicht. Ich geh kurz Geld abheben. Ah, das sind die, die was da vorher die ganze Zeit so herum... Die Darren Skala der Madness. Ich frag ihn nochmal, ob er... In einer Skala von 1 bis Darren wie Mad da ist. Was für 2,50. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Auf einer Salzgehalts-Skala von 1 bis Darren. Wie hoch ist sie heute? Wieso wie gestern? Boah, das kann man toppen. Wert nicht messbar. Messgerät gerade kaputt gegangen. Also Wert über Darren. Ja, deutlich. Okay, verstehe. Gibt es Blutdruckdämpfende Tabletten. Ja, ich weiß. Ramipril ist aber aus. Scheiße. Müssen wir es einmal mehr bestechen. Ja, eh. Na dann, passt. Das wollte ich nur gerade für einen allgemeinen Bericht über LA haben. Ja, easy. Ich grüße übrigens meine Oma. Hildegard? Ich grüße auch seine Oma. Äh, 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 nee, Hedwig. Hedwig? Also ihr grüßt beide Hedwig. Genau. Okay. Wir nennen sie Hedwig die Salzige. Hedwig die Salzige. Sie besteht aus 100% Meersalz. Ich freue mich, wenn du mich später erschrecken kommst, André. Was? Ich sag dir, ich freue mich, wenn du mich später erschrecken kommst. Mhm. Ich werde den ganzen Abend drauf warten. Mhm. Mhm. Cool. Hi there. Von einer Skala von 1 bis Darren. Wie hoch ist der Salzgehalt? Er muss ja selber schon lachen. Er nennt sich ja nicht umsonst Mad Darren. So ein Thema. Stimmt. Zum Thema Häuser. Da in diesem verkorksten Gebiet hier. Da kann auch... Da kann alles mit Häuser zu pflastert. 3-0. Gehe ich alles setzen. Ich mache das dann gebietenweise. Da. Alles. Das einzige Gebiet, glaube ich, was komplett zu pflastert ist, ist der Mirror Park. Eigentlich müsste ich ihn jetzt erschrecken gehen, weil jetzt erwartet das nicht, ne? Ist halt gestern bei der Academy auch wer gesagt. Ja. Ich nämlich. Nee, es war ein Officer. Ich habe es aber auf den Anfang an gesagt. Achso, ja. Ich habe es nur von einem Officer gehört, dass der meinte, yo, es passiert hier definitiv gleich was. Und ich glaube zwei Minuten später hieß es dann, hier sind schwarze Personen auf dem Gelände. Linkt-27 mit der Frage an die Dables. Ich glaube, die rechnen gerade damit. Ich habe den explodierenden Tesla zugucken. Den sind schon mehrfach nach nach von der Luft gegangen. Nicht, dass da irgendein Gebäude drin ist. Guten Tag. Ach, so ein All-White-Outfit ist auch sexy. Genau, wir machen. Geschäftlich. Machen wir. Ich muss mir das noch aktuell selbst ein bisschen zusammenreimen. Geschäftlich. Scotty lässt wieder seine Mädels arbeiten. Das ist sehr klar. Ich kämpfe nur immer mit dem Tesla. Sir Raylan ist voll motiviert, dass er diesen Fall höchstpersönlich übernimmt. Schick mal bitte da ein 10-20. Ryan Max Walker fährt mit dem Musi Elago. Ist doch, danke schön. Gehen. Highway nach oben. Ja, dann kommen wir rum. Erschreck mal Elena. Scheiße. Im Keller unten hätte es jetzt perfekt funktioniert dort. Weil dort ist immer... Dort ist richtig Action mit dem Erschrecken. Da darf ich schon die Ärgsten kriegen. Da habe ich sie schon alle irgendwo mal gekriegt. Scheiße. Ich muss erst mal... Lesen, oder? Dann, ich würde dir noch das Tablet erklären, was wir haben. Okay. Bitte das Tablet öffnen! Alter, ich schwöre... Ich habe nicht mal geschrien. Bevor ich es vergesse, das ist... Ich will einfach nicht mehr atmen. Das ist unser Hausgeist. Ich mag ihn nicht. Der spuckt hier ab und zu mal rum. Ich spuck ihn auch gleich an. Du darfst ihm... Du darfst ihm... Spucken. Dann kannst du ihn mal ausprobieren. Ich bin regungsunfähig. Tüdelü! Achso, und euch dazu wissen, das war unser Hausgeist. Ah, heu. Ah, heu. Komm, chat. Also, ich würde sagen, chat, da hat es gerade richtig... Ich glaube, da hat es gerade richtig geschallert. Der Geist Dario. Auf einmal höre ich hinter mir einen Schlag, drehe mich um und sehe, dass ein Kollegen vermöbelt. Da haben wir die Waffen gezogen. Wie sie dastehen, nämlich Hand in Hand, schon in einer Reihe. Im Kindergarten. Wie ist da stehen? Die Stille. Punkt. Punkt. Forti, David, ten a, ten a, die Mission Mall. Grüß dich zusammen. Servus. Victor, ten for stuff three. Hört. Würdest du einmal bitte beim LAFD vorbeifahren? Das ist einer der Rookies. Der muss heute noch gekündigt werden. Er ist vom LAFD. Achso, das ist der, was den Einlauf gekriegt hat. Alle weiterer kannst du dann dort mit dem Chief klären. Vom LAFD. Das ist ja da drüben. Schau wie mit dem... Hot Pizza. Hot Pizza. Oh, Hot Pizza. Einmal in Mission Row in der Tiefgarage erwarten. Den vor. Victor, ten a, ten a. Die würde ich gerne an denen so... Darren so richtig das Auto hinten am Schädel hauen. Oh, nicht, nein, nicht am Schädel, sondern... Oh, nein, das ist... Pinker, Audi, Form, Supreme Court, weibliche Person streckt aus. Der Formant hinter euch! Na? Ich war übel. Vorbereitet. Na, total verbreitet. Hat nicht funktioniert. Marsch, jetzt kann man nicht erschrecken. Eieiei. Das musst du später noch mal probieren, wenn wir abgeschaltet haben. Komm, versuch, versuch's. Gibi hat Gerichtsterminen. Also doch 1 zu 7. Scheiße. Fährt rein, ne? Eins. Zwei. Drei. Also das Auto... Wann fährt man ein pinkes Auto? Ja, dort, wenn sie dort stehen, die, die haben da... Sie sind auch immer so, so still. Die haben wahrscheinlich einen Schritt von mir gehört. Hundertprozentig. Machen. Ja. Jo. Hab ich mal für einmal gesagt. Weil wir waren... Ich mein, ich kenne keinen... Die haben safe. Bleibt mal eine Minute Ego-Perspektive und achten auf die Brille. Wo? Hier? Ja, die hat so einen Rotton. Und Orange. Saren von mir schrie... Erschrecken, liebe Grüße. Hab ich grad probiert, aber der ist zu gefangen, grad im RP. Das muss ich machen, wenn er grad irgendwo abgelenkt ist. Da, wenn er am wenigsten damit rechnet. Dann muss man das machen. Aber jetzt ist grad da, wo sie so stehen und einfach ruhig ist. Ist grad schwer. In solchen Situationen, ähm... Okay. Just... Why? So, mach halt die Wummeln im Arsch, oder was? Link. Link. 39 leckw ... fact ... ... ... ... ... Was machen sie da? Oh mein Gott, ey! Was, was, was wird das? Ich hab alles, ich hab alles losgelassen, ich hab alles weggeworfen. Heilige. Aber vorher noch einen Schlag gemacht, ne? Ja, weil ich mich so erschreckt hab. Oh Gott, ey. Heilige. Jetzt bin ich wieder wach. Guten Morgen. Oh, jetzt im Fakt. Tja. Na dann, wünsche ich weiterhin einen schönen guten Morgen. Tja. 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 Hier gibt es zwei Scripts. Test. Warte mal. Das ist anscheinend hier im Testordner drin. Moment. Ich muss mir schauen, wie dieses Script heißt. Das ist nämlich ganz, ganz böse. Das ist, was ihr nämlich schon ein paar Mal zu spüren bekommen habt. Das muss fast das sein, oder? Ja, das ist das. Ich glaube, das ist das. Ich hoffe, dass es das ist. Achtung, Jet. Wir machen mal ganz, macht es mal ganz leise. Ich mache mal auf. Und dann Jumpscare on. Und ich mache mich mal selber. Achtung, Jet. Hier kann ich mich selber nicht Jumpscaren. Okay. Anscheinend kann ich mich selber nicht Jumpscaren. Ich probiere es mal. Warte mal, ist Wolfi noch da? Ich muss zuerst einmal, bevor ich mich da planiere, bei Wolfi testen. Ey, Wolfi. Jo. Hast du kurz... Was ist denn deine ID? 2, 6, 3. Hast du was gekriegt? Nee. Okay. Was hätte ich kriegen sollen? Ein Jumpscare. Nee. Das ist es anscheinend nicht. Ach so. Ah. Wer das machen darf. Da bin ich nicht drin. Jetzt checke ich es. Haha. Da ist nur Kurt drin, glaube ich. Mit dem Script, wer es ausführen darf. Da, 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 da. Wird es noch rausfinden. Wer hat dieses Script noch? Ja, das ist ein kurzer in der ID. Naja, pass auf. Jetzt trage ich mich da selber in das Script ein. Tja, warte mal. Step 3, für Link 39. Ich kriege das noch hin. Muss ich es restarten. Warte mal. Okay, warte mal. Jetzt gehört ein Beistrich. Jetzt bin ich nämlich drin. Wolfi? Warte mal. Wolfi, warte noch mal kurz. Ja. Hast du jetzt was gekriegt? Hört das auch irgendwann mal auf? Hast du jetzt was gekriegt? Du räudiger Hund, Alter. Das nächste Mal sag, wenn ich das was... Ich habe ja gesagt, aber es funktioniert. Ja, aber es ist extrem lang und extrem laut. Perfekt. 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 Das ist perfekt. Das ist perfekt, Chat. Das ist perfekt. Okay. Jetzt muss ich mir... Jetzt muss man nur mal schauen, ob ich mir hier ein paar Opfer aussuchen kann. Dieses Script. Das ist richtig. Ich habe mich jetzt nur selber in die Allowlist eintragen müssen. Also wenn ich mit dem Script niemanden Jumpscareden kann, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Also das Script ist wirklich die unterste von aller untersten Schubladen ist das. Glaubst du mir das? Das Script ist wirklich... Das ist die unterste Schublade. Das ist komplett ehrenlos. Also wenn ich das Andrea reinhaue, dann die... Das ist... Das ist dann die selber. Warte mal. 2, 6, 8. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn er nicht kommt. Weil ihr ihn dann zoomen dürft. Ja. Ich schwör's dir, ich werde es dir so heimzahlen. Du Sau, ey. Hä? Salz? Scheiße, verdammt nochmal. Oh, der Worte ist laut. Mit Tobi hat jetzt ein paar Klick. Hä? Meine Scheiße. Äh. Ja! Ach, ja. Komm, mal einen Betriebsarzt rufen. Gerne geschehen. Das Tarot Vita ist kaputt gegangen. Erste Hilfe. Leg dich mal hin. Beruhigen. 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 Ich habe mal Beruhigen. Ich kann das dabei. Ich kriegst du. W-w-w-w-w-w. Boste, Mann, ich bin mal für mich sehr aussprechbar. Alles Gute. Pssst. Schön einatmende Finanza. Weißt du, wie das schallert. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie das durchschallert, das Ding. Zu unserer Sicherheit würde ich immer die Waffe. aus der Hand reißen. Ich kann das einfach nie, äh, aus der Schutke, ja. Den hat's gerade im Sessel. Nein, das geht schon wieder. Den hat's im Sessel, der gerade zrissen. Salzspiegel wieder gesunken. Das ist für, das, das würde ich... Wollt, Salzspiegel, du hast doch gerade den in der Turm. Ja, da, da hat's gerade aus dem Sessel raus. Ich kann das in Mission Raw auch was gehört. Ich habe hier eine Maske, jetzt mal so. Nein, Teil 20. Mich kann man nicht erschrecken. Soll ich mal bei mir selber machen? Okay. Wir machen's ganz kurz an mir selber, okay? Aber ich sag euch, das, das Ding ist, das Ding ist alles andere. Das ist einfach nur mehr ehrenlos. Wir haben 10 ATV, äh, Pillbox mit Mitsubishi. Ah, es ist ein 10 ATV, das ist wichtig. Dieses Sparda. Maske und die Person hat, äh, eine illegale Waffe hat geschossen. Äh, gut. Das ist gestehen. Was passiert da, Alter? Sie ist gestehen geblieben. Ich will mir jetzt einfach mal die Verfolgungsäcke angupsen. Mechaniker vorbei. Er hat mega Kopfschmerzen. Okay. Tschüss. Er hat Kopfschmerzen, er war auf einmal weg. Er hat sich wohl kurz die Relegierung. Was war folgt denn hier überhaupt? In der Ehebruch. Oder, ja, genau, Mitsubishi war das. Welche Farbe? Äh, hier ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Gut weg, Bruder. Sag ihm mal her, als er Kopfschmerzen hat, der soll mal ein Power-Nap machen. Äh. Ich hab sogar. Guck jetzt mal, wenn das nochmal passiert, dann sagen wir sie. Ja, Zeuge, siehst du, ein Hilfszeichen montiert ist? Läuft raus. Waffe, 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 waffe. Ich hab die Versuche, ich hab Plastien geschossen. Nee, auf die Reif. Was ist Sache? Versuche, bringt die Brücke. Brücke ist gesprungen. Ist runtergesprungen. Ist runtergesprungen. Der ist noch, läuft noch weiter. Hat der auf euch geschossen? Äh, hallo? Was machst du? Ey. Der rennt auf den Highway. Ja, der ist die Krise, der ist auf den Highway. Was, was machst du? Was? Also springst du da runter. Und du läufst weiter. Wohin, aber ich verzweifle, ich bin verzweifelt, der kleiner Junge, Mann. Na, du, da läufst du nicht mehr weiter. Ich wollte verletzt machen und noch 10 Meter gehen und dann... Okay. Linkl 25 für den Funk. Linkl 25 und 24 bin. Warte mal, wo sind denn die beiden mit der Highspeed? Victor 12 und Linkl 34 bin. Victor 12. Rumsstummen, kurz mit. Wer von uns? Äh, du gleich. Ich? Ja, ja, sicher. Wieder? Ich mag das ja wirklich, wenn man mit vielen Autos und so hinterher fährt. Aber bei dem Auto eine Highspeed ist es nicht nötig. Ja, ich wollte ganz hinten sein, weil eben erhöhte Gefährdung, beziehungsweise akute Gefährdung. Ja. Deswegen mit ganz viel Abstand. Gut. Okay. Das war der Plan von mir. Passt. Anna, ich hab den Auftrag erfüllt. Komm, das war so spannend, wenn ich starte auf. Zieh den mal bitte. Sobik, dankeschön für 10 Euro. Jumpscare bei Ryan, bitte. Vielleicht bekommst du es ja so ran. Der schaut gerade in Stream. Das ist ein perfekter Zeitpunkt gerade. Äh, soweit ja, kommt vor. 10 Euro. Kommt vor. Ja. Äh, wollt ihr, willst du die Bodycams irgendwo haben, oder? Ja, ladet sie erstmal hoch. Ich hab nur Absicht an der Schmarrn. Irgendwenn will ich noch so richtig rankriegen, gell? Irgendjemanden krieg ich heute noch damit. Achso, ich wollt sie an mir selber testen. Macht's mal leiser. So, warte mal. Jumpscare on. Seid ihr ready? Ich erschrecke mich wahrscheinlich jetzt von mir selber. Macht's bitte leiser, Jet. Ja, alle, die jetzt irgendwie sich selber geiseln wollen, die können laut machen, aber bitte macht's leiser. Ich nehm selber kurz die Kopfhörer ab, Alter. Das ist unerträglich. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Ding da, das kommt einfach so random, okay? Ich hoffe, dass ich mir überhaupt selber Jumpscare on kann, aber das, das kommt selber. So, du spielst der P und plötzlich kommt sowas. Ihr Mutter, Alter. Das ist richtig ehrenlos. Das ist, das ist richtig ehrenlos. Also damit kannst du, damit kannst du, damit kannst du, damit kannst du, Jungfräulichkeiten zerstören. Mir geht nicht um meine Gesundheit, Bruder. Mir geht's soweit ganz gut, sonst hätte ich nicht mehr weiterlaufen können, Bruder. Aber mir geht darum, junger Bruder, ihr macht mich fertig. Mental nehmt ihr mich wirklich, hopps. Immer, Bruder. Als Strafe müsste ich den jetzt eigentlich Jumpscare. Ey, Bruder, bitte nicht Funkgerät. Warum nimmst du mein Funkgerät weg, Bruder? Ich will irgendjemanden, ich will jemanden erschrecken. Ich hab grad so Bock. Nur wen? Irgendwann wird mein nächstes Opfer werden. Irgendwie hab ich, eben wollte ich immer mal erschrecken, aber ich hab's nie geschafft. STFU, das war 200. Wie ist denn das Auto zur Seite geschaut? Aber er hat keine Reaktion gezeigt. Irgendwann krieg ich heute noch dran. Irgendjemand. Oh mein Gott. Ach, im Auto ist scheiße. Mann! Oh, Lilly wäre, Lilly wäre Endstufe. Rookie 4 und Victor 10 besetzen. Victor 10 sind in 8. In der Stadt mit einem Straßenwagen. Elena haben wir schon gehabt. Andrea tue ich das nicht an. Die Arme. Das ist wirklich nunmehr ehrenlos. Ach, Bailey ist sicher schreckhaft. Die kann das ab. Bailey kann das sicher ab. Oh Gott, die hat's gerade so zur Schale hat. Ist sie jetzt versteinert oder was? Jenny Müller. Oh ja. Hallo, Lilly. Hallo. Lilly. Lilly ist gut. Lilly ist Beste. Ebenfalls. Was ist das? Ich bin Maximus. Ich bin auf der Fahndung. Ich muss gerade sagen, das sieht interessant aus. 300. Ja. Jeden Tag was anderes, weißt du? Ja, also das sieht wirklich sehr interessant aus. Also das ist, ähm... Oh Gott, was ist das? Oh, ich geh mich kurz umbringen. Warte kurz. Ach, du meinst, du willst mal nicht hängen? Nein, nein, alles gut. Oh Gott. Na? Ja. Was hab ich zu mich umbringen? Was war das? Alter, ich hab so Gänsehaut. Was ist so hart aus? Ein Jumpscare. Was ist so hart aus, bitte? Heilige Mutter. Alter, ich hab grad Puls 300, ey. Was ist das? Alter, ich hasse dich, Andel. Ich hab halt ehrlich, ich hasse dich. Ich glaub, wir müssen die, ich glaub, wir müssen die jetzt Ocean springen. Mir kann man nicht mehr helfen. Ach so. Aber ist die Schizophrenie bekannt? Die ist, ähm... Ja. Ja. Also, ja. Also, dir ist sie bekannt? Mir ist sie bekannt. Was war das? 132? Ja. Ich rede manchmal gerne mit Wänden. Ja, haben wir gesehen. Haben wir gesehen. Ja, das... Okay, gut. Ja. Gott, ich brauch kurz nen Wodka. Alter. Gut. Alter, ehrlich jetzt. Oh, Mann. Weißt du, ich würd jemanden gern treffen, der irgendwie so einsam allein im Wald sitzt. Ich bezahl mal ein Erschrecken für'n Raylan. Sir Raylan. Oh mein Gott. Ja, also, er muss es machen, weil sonst wir haben keinen. Ja, er macht schon. Ja. Okay. Jo. An der Einsatzstelle bitte, Chief. Danke. 264. Ja, mach mal. Schön, Koffer oder was? Nicht gut. Wie? Ja. Sicher, Schauken. Weißt du, ich bin... Was steht denn eigentlich auf diesen... Auf diesem Brett drauf? Ich hab da noch nie drauf. Oh mein Gott. Irgendwie ist das lustig bei Leuten, die gerade so mitten im Reden sind. Dann schallert das so rein. Du musst wirklich Leute erwischen, die... Ja, der 49, 10, 10, 10, 10. Schau, der Wolfi. Ich schau nochmal durch, wenn wir da noch... Die arme Lily. Die könnte man da noch raussuchen. Zuglassend versichert, Sean Pennyworth. Helmut Ritter. Der spielt sicher gleich eine Amnesie. Lass dich schon, Kollege, auf dem Weg. Sonst wird sich der Päusch in den Kopf. Der sitzt im Knaust. Warte mal. Ich glaub, Bros. Er ist, glaub ich, auch hart an... Er ist, glaub ich, auch richtig am Arsch. Aber, Regano ist ein gutes Stichwort gewesen. Wir müssen. Wir müssen. Wir sind dann mal weg. Ja, ich geh... Camilla ist sicher auch hart. Sie sehen hier alle Affen, das ist mega komisch. Sie sieht Affen. Alles in Ordnung? 259. Jenny und Jenny haben irgendwie einen Affen gesehen, der sie angeschrien hat. Einen Apfel. Einen Affen. 259. Was ist das Schreiken? Der wird's ja gekannt. Ja. Warte, dich dreht grad komplett durch. Ja. Ich glaub, Cleo ist die Nächste. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist das gut? Oh, ja, ja. Oh, mein Gott. Der Wodka hilft ja nicht mehr. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaub, dann sagen wir tanken nochmal am Ocean. Vermisst die. Ich bin damals das Zeitzunen gegangen, aber ich vermisse es sehr. Das kam aus dem Liechtensteinwürft, der schreit. Mein Auto hat er vom Affen. Ne, dein Ass. Ich hab keinen Schreit im Affen gesehen. Was für einen Weg fährst du eigentlich? Keine Ahnung, ich bin grad einfach irgendwo random angefahren. Wir hatten den Kopf geschissen. Wahrscheinlich der schreit der Affe. Oh Gott. Alter, fahr weiter. Ich glaub, ich war der Nächste. Ich glaub, ich brauch ein Wodka. Was stehst du jetzt, warum ich einfach losgekriegen hab? Oh mein Gott. Boah. Alter Schwede. Ich hab die Kasse. Fang, jetzt davon. Boah. Alter. Alter. Jebem. Ich dachte Gott. Lilly, hast du noch ein Wodka übrig? Ich hab ein Wodka. Ist das geil, Alter. Alter, wer ist denn mein nächstes Opfer? Ich probiere mal Kami. Welche ID war sie? 2, 3. Kann sie mal reden? 3, 2. 3, 2. 3, 2. King 17 für Victor 10, kommen. 3, 2. 4, 3. Ihr Fahrzeug steht mit auf einer Tür auf der Brücke überhalb des innerstädtischen Highways. Ist das nicht so auf der Welt? 4, 3. Könnt sie mal bitte fahren? Ich glaube ich bin so auf Toilette. 4, 3. Ich äh. 5, 2. 5, 3. 5, 3. Victor 12, Inspektor. Hahaha. Wuhuuu. Hahaha. Ah, das hat grad geschallert. Die Reaktionen. Mein Kotzi. Victor 12, Inspektor. Aufräumen können nicht. Kotzi, 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 das schallert sich ja durch. Kommt Marc heute, weißt du was? Äh, nö. Weiß ich nicht. Hahaha. Als ob der das zu cool wegsteckt. Ihr Fahrzeug ist jetzt verschlossen. Als ob... Also wenn es heute so weiter geht, dann muss ich nochmal zu Klaus, das ist Psychologe. Also ich... Oh mein Gott, Alpha Warrior. Alpha Warrior. Nein, er ist Homeland. Sag jetzt bitte nicht Homeland. Ähm. 22. 22. Ah. Mach mal bitte Racing Rentner. Ja. Aber wo wird man machen? Hm. Macht man sich einen Termin aus und dann hat man dafür auf einmal keine Zeit mehr. Welche ID? Ja, passiert. 271. Das FD ist wie eine große Familie. Und du da eigentlich... Einmal bei denen dabei bist, gehörst du dazu. Oh mein Gott, Digger. Oh mein Gott. Hahaha. Hahaha. We are a fixer for now. Digger. Hahaha. 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 Was ist das denn? Ich hatte grad, äh... Warte, jetzt müsste ich ein Lord Nero eigentlich gehen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. 253. Ich hab Leute, die denken... Die denken, dass sie lustig sind. Ne? Die denken, dass sie lustig sind. Hahaha. Um Gottes Willen. Hahaha. Ja. Ich weiß. Was zum Teufel. Hahaha. Ich hat's... Ich hat's gerade auch. Hahaha. Was zur Hölle. Ne? Die denken, dass sie so lustig sind da oben. Ich krieg einen halben Herzinfarkt. Und einen Tinnitus. Hahaha. Ja, fühl ich. Mich hat's auch kommen, dass sie sagt, ja. Alter, nächstes Mal rutsch ich aufm Panicbutton aus. Jesus. Hahaha. Hahaha. Meine Ohren sind ihr so empfindlich. Jesus. Danke dafür. Meine Fritz. Hahaha. Auwei, auwei, auwei. Die armen Leute. Ich dachte schon, dass es bei mir das ganze System... Die chillen noch immer da. Der Jupp. Der Jupp. Den Jupp. Den zerschallert es ja 100%. Ah. Die sind noch immer da in diesem Kreis. Hast du nicht mal ein SVJ gehabt? Ich bin ja Horvath. Ja. Zwischendrin. Muss alles mal gern... Hins hinaufstellen. 315. Aber was? 200 oder 315? Alter, ich hab ein Kurzzeitgedächtnis. Warte mal. 315. Katzensprung von uns. Hua! Hahaha. Hua! Hahaha. Was ist los? Ah ja, wir haben... Hahaha. Wir haben halt die Hoden eingezwiegt. Warte kurz bitte. Ja. Haha. Hahaha. Haha! Ahhh! Oh fuck! Hahaha! Haha! Ja, okay. Herzliche Hilfe. Ja, meine Hose ist feucht, geht schon. Ich sage, das Tool ist so ehrenlos. In der Orts 80. Aua, Industrie ist 100. Wäre mir nicht bekannt, aber gut. Wäre sowieso nur eine mündliche Verwarnung gewesen, dann wünschen wir eine gute Weiterfahrt. Wie gesagt, die Schilder stehen ja auch überall auf der Straße mit dem Tempolimit, also da wird ja auch überall mit anangezeigt. Ah, äh, äh. Alles gut. Ich spiele ihn gerade aus. Ja, ja, genau. Ich habe gerade der Herzinfarkt. Okay, gut. Ja, was war das denn? Und 1076. Fahr du mal, ich glaube, ich bin bescheuert. Warte, du musst ja noch eine Rechnung anstellen. Nein, da fang ich mal eine Rote an. Muss ich wirklich? Was hab ich denn, was hab ich denn immer... Ah. Aaaaaaah! Ja, ich mach's. Ich mach's ja wirklich. King-30 will sich der Date. Schönen guten Damen-Kollegen. Ich muss mich denn Alpha erschrecken. Ah, der macht Homelam. Mann! Ich mach's ja wirklich. Ich mach's ja wirklich. Weil es muss jetzt nicht wirklich jeder wissen, wenn wir jetzt beim Taxicap zivil stehen. Äh. Ja. Ja. Ist nicht auch lustig? 282. Janis, dankeschön fürs Meer bieten. Das ist so hässlich, wenn du da alleine bist im FD. Ja. Ist schon fertig. Das ist komplett füllen. Ah. Jannis hat fünf VIPs gesappt. Dankeschön, mein Lieber. Herzlich Dank. Macht's mein Herz rein und bedankt euch bitte bei ihm. Kumpelblase. Oh mein Gott, das wird sicher zwiebeln bei dem. Er geht nicht ins Haus. 321. Hat das Ding gerade nicht gejuckt, oder was? Hat's gerade nicht gejuckt. Ist das so halt. Also manche Leute sind wirklich dead inside. Ich probier jetzt nochmal Bailey. Dies imam. Boah, nimm mal am Handy. Manni. Ich weiß es nicht. Achso. Weil die Marsche standen da doch. Wahrscheinlich. 216. Ja, aber das hätten die doch sehen müssen, die Marsche. Sie standen da doch. Ja, mein Navi hat was. Das war... Scheiße, der hat sie nicht erschrocken. Das Problem ist Gotti jetzt erschrocken. Das ist Billy Sanchez. Und Billy einen Hausschlüssel. Nein. Nein. Und alles weiter wird dann geschafft. Ach, Kinder. Weißt du, was der Unterschied zwischen euch und mir ist? Ich kann gehen. Und steht auf. Alter. Wirklich. Der ist wirklich einer. Das wirklich. Das ist glatt dein Humor, wach? Wie oft muss ich das sagen? Ja, dead inside, Alter, der Typ, Alter. Er ist einfach dead inside. Der Typ ist einfach so durch. Da brauchst du nichts. Warte mal, wo... Alter. SR-Sub noch einmal. Danke, Janis, noch einmal für fünf Subgifts. Mach noch mal ein Herz rein. Warte mal, ich suche einen ganz speziellen Fall. Ja, der ist jetzt ultra schreckhaft. Dean Harper ist sicher ultra schreckhaft. Oh Gott. Ja, der ist jetzt ultra schreckhaft. Ja, der ist jetzt ultra schreckhaft. Take a look for the six fan graphic. Nimmig fetter uns. Dean Harper. 141. Ich hätte mir noch gerne einen Holm. Alter, Best Fails. Lass 1 Stunde 40 sein. Guck mal jetzt. So ist dad inside schon. Hm? Was? Was? Was ist das? Was ist denn los? Was ist denn los? Janis, ganz VIP-Pro, danke. Ich glaube... Ich glaube, er ist gerade... Ich glaube, er ist gerade... Fuck. No. Ich bin schon los. Deswegen nicht los. Genau. No. No. Beiden? Aber das ist so. die armen leute die armen leute die kann man sich auch gut schreiten 273 ich bin raus du weißt ganz genau warum ich hab so ein räumel wirklich ein schatz ist ja alles gut danke schön vielleicht roto 20 likes ich küss eure herzen dankeschön die man roh zu 20 gleich schaden wir mal ein leid nuk rein das ist alle ein leid da ja 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 okay Alexander, danke für das VIP-Wern. Den will ich erschrecken. Ist saugurkengeträchtig. Warte mal, SLS. Wenn er gerade schon so gut singt, 236. Was auch immer das gerade war. Es gibt keine g'scheiten Lieder. 154. So ein Scheiß. Leck meine Eier. So ein Scheiß. Hast du auch gerade was gesehen? Ich weiß nicht, was das war. Leck meine Eier, bist du geschieße. So. Alter. Wie ist du geschieße. Auch so ein Affe. Irgendwie. Oder? Das war für die Doni. Das war für die Doni vorhin. 155. 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 Moment, Moment, ich brauche erstmal was zu trinken. Jetzt ist beides still. Verdammt, ihr habt kein Alkohol. Doch. Der andere sagt gar nichts mehr. Das Gefühl, dass es die richtig ist. So, jetzt geht es mal wieder besser. Aha. Schau, wie fertig. Hat der Handy etwa richtig vibriert? Ja. Magst du auch ein Bier haben? Das hilft. Ja. Ich bin fertig. Auf der Jupp. Ja, Jupp. In der Pizzerie. Hallo. 318. Alex Jupp. Scheiße, verfluchter Feu... Mensch, wer hat denn da Krach im Kopf? Scheiße, Mann. Ich habe voll die Halluzinationen gerade gehabt. Alter Schwede. Ey, wir hatten da so einen Krach im Kopf. Ich habe gerade so Halluzinationen des Todes gehabt. Alter. Was? Ey, das ist doch... Oh, Junge, ey. Das ist doch nicht... Oh, mein Gott. Wieso? Oh, mein Gott. Ich habe nur gewundert, dass du noch reingetragen hast. Alles gut. Ach, ne. Ich geh mich kurz erschießen. Ach, ne. Ich geh mich kurz erschießen. Was ging da drinnen gerade ab? Ich wollte gerade, ähm... Heschi. Das ist genau meins. Du bist ja auch ein Flugscheißer. Heschi ist... Nee. Bin ich nicht. Nein. Ich bin ein Hypefitsch. 274. Ja, 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 ja. Äh, weniger als eine Minute. Seid ihr außerhalb oder innerhalb des Campingeländes? Alter, was war das? Was? 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 Oh, nee. Ich hab grad... Oh, du Scheiße. Was hat er jetzt? Was hat er? Was? Weiß nix. Ja, ja. Was denn? Was hat er? Was denn? Oh, meine Güte. Oh, Gott. Oh, du Scheiße. Was ist so ein komischer Affe mitten auf der Brille? Oh, Gott. Oh, Gott. Gell? Oh, mein Gott. Oh, Alter. Warte kurz. Oh, Alter. Ja, ich... Warte. Ich... 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 Ich glaube, ich weiß nicht. Der hat mich angeschrien. Ja, ich hab weggeguckt dann. Oh, kennst du... Das ist so ein Horror-Game. Das heißt, Freddy... Five Nights at Freddy's. Dieser scheiß... Affe... Alter. Hat er die Medikamente heute vergessen zum Nehmen oder was ist los? Also... Ich hasse... Das Lauf war ich nicht ganz richtig, kann das sagen. Ich hasse... Oh Gott. Jetzt zerstickt er auch noch. Nee, Alter. Oh Gott. Es ist warm. Hier ist Wasser zum Abkühlen, ne? Ja. Ich wollte es dir sogar sagen. Smith war auch immer... Oh mein Gott. 267. Was ist das? 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 Ich bin fertig. Ein armes Smith, Alter. Hörter mich? 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 Schwimmig fertig. Du bist am Knutband. Oh 258. Hörter mich? 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 Und stelle die runter. Geh weg, hier. Ich glaube, der hat es richtig, der Charlotte. Der muss erst mal verdauen. Wie er nämlich aus der Opa-Rolle rausfliegt. Jetzt muss der Smith, der denkt. Meinst du das erschrecken? Ja. Das war ich. Alter, du bist... Hat es dich zerrissen? Ey, ich... Meine Koffer sind erst mal zwei Meter geflogen. Alter, ich schwöre es dir... Das war ich. Auch mit so einer Scheiße. Das ist so mies, Alter. Ey, ich war gerade am Hochlaufen. Auf einmal kommt es. Ich bin so allein im Treppenhaus. Und dann so... Oh Mann, Alter, ich schwöre es dir. Also der Funkspruch so ganz kurz damit so... Hört ihr mich? Ja, ich habe gedacht... Was ist da passiert jetzt? Ich habe gedacht, ich wurde hier... Ich wurde hier... Oh Mann, ey. Oh... Scheiße. Aber hab's alles auf dem Clip. Das ist definitiv auf dem Clip. Oh Mann, Alter. Ihr seid so... Oh... Kein. Oh Mann. Franz. Was denn Franz? 3-3-9. Kollege, mal kurz mit dem Chargerwagen. Franz, ja. Mit dem Challenger, ja. Mit dem Challenger, Mann. Ob's denn... Ob's denn Franz gerade ein bisschen zurückgeschickert hat. Aha. Aber du, Franz, es ist alles gut, gell? Es ist alles in Ordnung. Freunde, lasst mal... Lasst mal gerne einen Like da. Für die... Für die 20 Likes. Da kommt der CJ. Bei 20 Likes kommt CJ. Ich glaub, der Franz ist ganz weh an dich. Ah... Ähm... Scheiße. So ist es trister. Ach so. Ich hab vergessen sein, dass er wieder deaktiviert ist. Langweilig. Das war ein Versehen. Deswegen, ich hab gedacht, der hat so zerschallert, aber... Hm. Ah, ich hab's gerade verkackt. Das war gerade mein Fehler. Victor, Martin, wir fährt Katalina Highland. Wie, wie wollen wir erschrecken, oder? Link 39, tatsächlich. Ich will jemanden, nicht so in der Gruppe. Ich will jemanden, der da irgendwo... Dann bist du gleich. Das ist gleich. Ich will jemanden erschrecken, der irgendwo am Arsch ist. Ey, Leute. 20 Likes, dann kommt CJ. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Das ist so Lonely im Klamottenladen. Genau das ist das, was ich suche. Mrs. Jackie. 270. Achso, off. Ich konnte schon. Ich schau's nicht. Dann macht's boom. Jenny. Ich hab's auch. Ah. Hier. Ich bin fertig. Oh, nein. Ah. Ja. Du bist schuld. Weißt du, wie hässlich das ist im Klamottenland. Du tust gerade so deine klar... Alles anschauen. Hat man bei uns, ich schallert das vor deine Fresse. Alter. Wen, wen könnte man? Jonas, danke fürs VIP werden. CJ, für die 20 Likes, komm einfach mal her. Du blöde Pissnelke. What in fuck's name are you doing? Let's go, Freunde. Machen wir Party für die 20 Likes. Ich weiß, dass wir das schaffen können, Alter. Weil ihr die Geistern seid. Let's go, Partyheart. Für die, für die unerschreckhaftesten. Für die unerschreckhaftesten hier. Alles klar. So. Wieso schau ich denn was da? Send nudes. Warte mal. Ich will das nicht, diese Vogelperspektive. Warte mal. Ich probiere noch einmal von, von vorhin. Sheet und my bad. 2, 2, ah. Wie ich die jetzt reißen muss. 7, pass auf, ich auch. Ciao. Okay, die ist, die ist dead inside. Die hat's gerade, ja, die hat's Dresden. Aber richtig. Und tuner nämlich. Oh, Mann. Raik, so, der könnte auch schreckhaft sein. Eigentlich ein Punkt, weil der so ein bisschen zum Ende kommt. Ich war noch nicht ganz fertig, aber danke, Darren. Ja. Entschuldigung. Raik, so. Alles gut. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast schon so ein bisschen, also du kennst unsere Dienstvorschriften, dann ist dir ja auch. Eieiei. Was ist das, was du sagst? Man hört dich nicht. Scheiße. Ich hab kurz fast Herzinfarkt bekommen. Was hätt ich denn mit dir? Äh, alles gut. Ähm. Du kennst wahrscheinlich den Unterschied zwischen Public und, äh, Secret. Richtig? Versuch auf, ja. Okay. Ähm. Schön fertig. Witzemal. Witzemal. Ich bin da. Was sind wir denn jetzt gerade? Weißt du halt nicht, ob ich mitmachen darf. Ja, klar, dass du mitmachen. Okay. Zieh dich schwarz, zieh dich schwarz, zieh dich schwarz an und nimm einen guten Helm mit. Okay. Ich brauch, ich brauch noch einen Helm, ne? Irgendwas planen die. Irgendwas hacken die aus. Oder halt, ähm, was mich auch interessiert ist, so die Department of Development, aber das ist ja auch wieder Haku. Ich mach, dass ich schaffel. Ja, ja, sie ist trotzdem da, ja. Kannst halt nicht mehr werben, dafür. Du kannst das in das Praktikum nicht sagen. Bei Boston. Ja, der spielt das, dass ich mir drüber. So ein dummer Teddy wäre ins Gesicht gefrungen, also hier über mein GPS. Metro Zero, danke fürs VIP-Wand. Ja, ist dein Handy auch kaputt, ne? Ja, mein Handy ist auch kaputt. Kommt man schon wieder. Wieso, was macht denn das jetzt für ein komisches Geräusch? Mein Handy. Naja. Der Biber. Das sind die Marshals. Sie sagen, sie sind unerschreckhaft. 262. Alter. Was ist? Ich hatte gerade so ein Schrecken vor meinem öheren Auge. Da hat mich nicht. Alter. Ich frag auch noch lieber nicht nach. Alter. Rieche. Alter, mein Herz. 172. Hattest du's gerade auch? Die Marshals sind unerschreckhaft, John. Ich glaube... Weil ich... Ich schlafe weiter, das ist meiner. Victor Toll für Victor Toll gekommen. Alter. Alter. Die Marshals sind unerschreckbar. Oder? Habe ich auch so gehört. Muss. Also ich habe das auch genau so gehört. Alter. Genauso und nicht anders. Ja, ja, ja. Hattest du's gerade auch? Ich habe letztendlich ein Monster vor mir. Ja, ebenso. So, jetzt höre ich auf mit der Scheiße. Jetzt haben wir genug Leute da... Jetzt haben wir genug Leute da getrollt. Also es kommt noch ein spezieller Fall an, wenn ich unbedingt erschrecken will. Zum Beispiel Fuck you, Wazel. Oh mein Gott, Alter. Aber jetzt... Jetzt haben wir die Leute genug gemobbt. Die armen Leute, ey. Ich würde jetzt nur interessieren, was das Kartell da plant. Der 1 Kilometer. Eine beste Reaktion war bis jetzt, ähm... War definitiv Darren. Du kannst eine G-Klasse haben. Wer sonst noch geil war, war der... War der Ding. Camilla war geil mit ihrem Schrei. Oder mit der neuen. Dann Helmut Ritter und, und, und Ding. Äh, der Jupp. In der Pizzerie, wie es ihn zertreten hat. Erstmal 10-7. Bis später oder moin. Tschüss, tschüss. Lilly war ja auch ganz geil. Tschüss, Feierabend. Tschüss. Sehr offen. Im Endeffekt waren fast alle gut. Eigentlich waren fast alle gut. Ich bin ersetzt dazugekommen, aber könntest du vielleicht Andrea schrecken? Wer mega... Die Arme hat heute schon zweimal leiden müssen. Wobei, das stimmt. Die Reaktion von Peschi und Andrea waren auch mega. Die waren auch echt lustig. Ey, dankeschön für 5 Euro und... Adam 28, 10-9-7 vergessen heute. Frag mich, was das Kartell heute... Ja, dann, schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Frag mich, was das Kartell heute macht. Oder nochmal. Irgendwas haben die doch sicher vor. Dass sie eine wichtige Zahl in der Mathematik schreibt. Ja. Supreme Court Verhandlungen sind... Ich würde anziehen das mal. Sind rum. Und wenn sie umhören... Es geht beim Walmart ab. Das nächste Mal machen sie vielleicht mit Blaulicht, dann, wenn sie über den Mittelstreifen fahren. Dann sieht man sie auch. Oder zumindest mal das Licht einschalten. Ist das ja jetzt erstmal nicht ihr Problem? Ja, doch, weil ich sie fast mitgenommen hab. Nein, haben sie nicht. Doch, ich musste ausweichen. Nein, mussten sie nicht. Doch, musste ich. Ich weiß doch wohl, dass ich ausweichen musste. Sie halten jetzt den Gang zurück. Sie brauchen mich hier nicht so anzupacken. Ich rede auch ganz normal mit Ihnen. Ja, dann sehen sie doch einfach mal ein, dass sie einen Fehler gemacht haben. Wo ist denn das Problem dabei? Einfach zu sagen, ja, okay, da haben sie recht, da hab ich einen Fehler gemacht. Weil sie nicht in der Position sind, mir zu sagen, ob das ein Fehler war oder nicht. Oh, doch, in der Position bin ich sehr wohl. Hitzige Diskussion, Jet. Anderweitig werden sie auch nicht in der Position, mich auf den Fehler hinzuweisen. Und sie machen es trotzdem. Das ist mein Job. Ja, und das interessiert mich jetzt, weil... Demnach bin ich berechtigt. Bitte einmal nach Möglichkeit zahlen. Ja, und ich bin ein ganz normaler Bürger der Stadt. Herr Walker, ich diskutiere mit Ihnen nicht. Ich lasse das jetzt so stehen. Unbezahlte Rechnung haben sie nicht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weiterfahrt. Nächstes Mal weiche ich einfach nicht aus, dann sehen Sie ja, was Sie davon haben. Matt. Drei Fahrzeuge. Matt. Kopf. Matt. 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 Wie weit sind wir denn von den 20 Likes entfernt? Wie weit sind wir denn? Wir könnten, wir könnten mal wieder irgendwas fürs, ähm Wir könnten irgendwas fürs FD machen. Irgendwas könnten wir fürs FD machen wieder. So ein kleines Szenario. Das wäre, das würde ich... Jetzt ist die Cam wieder. Ich brauche wieder Licht. Ich brauche wieder mein mein fancy Ich brauche mein fancy Licht, dass die Facecam wieder fresh beleuchtet. Ganz, ganz ganz, ganz, knobbe, kiste. Gut, okay. Wir sind kurz davor. Na dann, Chat. Let's go. Auf, auf. Hui. So. Ich wollte noch kurz anmerken. Naja, ich wollte halt die Ressource. Ich stoppe die jetzt, diese Jumpscare-Ressource. Warte mal. Das ist jetzt sowas von ehrenlos, Alter. Okay. Ähm. Was wollte ich denn jetzt schnell? Ich wollte ein Szenario planen fürs FD. Irgendwas Kleines. Hm. Lasst mich mal kurz überlegen. Waschentuch. Schnell Nase putzen. Aha. Kurz mal Nase putzen. Was könnte man denn anzünden? Victor Fortin informativ. Drogen. Gehlaser wird auch klären. Das Dach da oben wäre interessant, oder? Bei der Bikerbar ist leider gerade niemand. Tankstellen brauche. Das ist die Splash für eine Stadt im Herzen. Das Casino da. Victor Fortin mit der Frage, ist irgendein Kollege näher als 4,5 Kilometer im Dispatch? Der Pillbox-Dunnel da unten. Da kann ich das Szenario nicht unbemerkt aufbauen. Das ist der Scheiß. Ich baue einen anderen Tunnel. Das ist geil mit dem grünen Licht. Das schaut heftig aus. Victor Fortin fällt letzten Splash up. Danke. Spot, wo man schlecht hinkommt. Ja gut, sie haben einen Hubschrauber. Ein Spot, wo man schlecht hinkommt. Wer klingt denn da? Gibt es so eine Papierfabrik. Da kann man auch rein. Könnte man anheizen. Schau da hinten, da. Müssten es eigentlich, müssten es eigentlich komplett durch. Das könnte man eigentlich ganz gut anheizen, finde ich. Könnte es da in dem ganzen... Da haben wir uns so einen richtigen Homeland-Einsatz. Die war es halt aber mehr, wo ich mein... Wo ich das erste Auto im Gestehen habe. Ja, das war schon mal ein mieser Auftritt. So, ich habe ja noch den scheiß Tuning-Chip drin. Ich habe mich heute Mittag um bei der Blame-Menschen ausgeloggt. Ja. Habe mich jetzt eingeloggt, hatte gerade einen Gamecash und jetzt bin ich hier aufgewacht. Okay. Und habe auch die Reste Schaden. Okay, war damit deine ID? Äh, 355. Ja, da wirst du wahrscheinlich beim Connecten, wirst du ein Problem gehabt haben und dann hat es dich wahrscheinlich durchrauset. Also vielleicht kurze Time-Out oder Internet-Verbindung oder so irgendwas. Könnte möglich sein. Ja, ich bring dich einmal kurz dort hin. Ich danke dir. Da gehen sie ein. Und die schnelle Route. Ja, das ist, glaube ich, das ist so ein Spot, wo... Weil du musst immer... So ein Einloggen ist immer durch zwei Prozesse. Zuerst einmal connectest du auf den Server und dann wird dein Jar abgerufen. Was siehst du? Das ist bei dir in der Jar-Auswahl. Sieht für uns als Beobachter so aus, wenn du in so einem Preset-Charakter bist. Also Michael, Trevor oder so ein Standard-Charakter von GTA. Genau, ich hatte dann erst Michael gehabt, dann hatte ich einen Gamecash und jetzt bin ich da hinten. Ja, genau. Das ist, weil du dort bei der Jar-Auswahl bist du dort hinten, war dein... Du bist da in den Player reingeloadet worden. Und dann muss erst dein Player plus die Koordinaten, die letzten, wo du warst, abgerufen. Und da... Davor hat sich rauscrashed, deswegen hat er die letzten gesaved. Deswegen bist du dann dort. Das war auch... Ja... Ich bin mal richtig erschrocken. Was? Ich bin mal richtig erschrocken, weil... Das kommt mir vor, wie so ein Strich abtrauten. Wenn man... Da hinten aufmacht. Ja, ja. So, dann gehen wir weiter Spot zu. Wo sind wir stehen geblieben? Ähm... Irgendwo... Informativ. Schwarz-Geld-Fisch ist sauber. Irgendwas planen die. Ah, die Papierfabrik war mal. Die würde ich auch fühlen, anzünden. Aber ich glaube, das Human Labs haben wir ja schon mal anzünden, aber ich glaube, diese Papierfabrik da hinten nicht... Ich würde hier mal gerne ablaufen. Aber da liegt nämlich überall so geil Papier. Da hätte es FD richtig zu tun. Da ist halt so ein Büro. Da ist halt so ein Raum. Da kommst du nicht... Der Lift ist, glaube ich, nutzlos. Genau. Da gibt es nämlich eine Mission in GTA und das ist ein Standard-MLO. Aber ich finde das MLO echt nicht scheiße, muss ich ehrlich sagen. Das ist geil sogar. Ah, da kommst du jetzt... Wo kommst du denn da jetzt weiter? Ah, Moment. Ich glaube, in der Story wird das da irgendwie aufbrochen. Genau. Ja, die Tür kann jetzt versperrt. Aber die wird da weggesprengt, was ich weiß. Da kommst du jetzt wieder weiter. Diese eine Zwischendür. Ich muss nur schauen, ob man von hinten da reinkommt. Da ist da das Lager. Das wäre... Nur die Frage ist, ob man von hinten... Oder ob die Tür da versperrt ist. Servus. Servus. Kommt rein. Mahlzeit. Das ist geil. Fire Escape. Geil. Man kommt von hinten rein. Oh, das ist ja geil. Dann zünd'n wir mal an, da die ganze Mully. Haha. Ging in Adam Scherdy zu informativ. Explosion am LAX. Na, LAX hat vor die Bohnen auch gehört. Wir sind auch vor Ort. Zünd'n wir mal 3, 3, 3. Das ist zu viel Feuer da machen. X-Ray, Tim, mit einer Frage. Gibt es in der Militärer Base einen Auspackpunkt für die Fassel? Positiv. Positiv, ja. Ja, nee. Tektor, danke. Darf nur nicht zu weit... ...da entfernt sein, die ganze Scheiße. Nicht ein fieses Feuer da zum löschen. Ich werde hinter der Tür so... ...zütt'n wir auch abatmen. Machen wir nur vier Feuer. So, jetzt schau mal ein Dispatch, oder? ...Brand, Melder, Papier, Papier. Passt! Schaut heftig aus, oder? Haben der Raum da drin, da? Es sieht halt, finde ich, authentisch aus, wenn's da brennt. So, ich bin jetzt gespannt, ob jetzt das FD kommt. Dann haben die schon mal zu tun. So, das Dispatch schicken, so. Wo liegt das FD mit? Ah, da, schau, die sind schon da mit dem Löschschubschrauber. Schau, die schauen sich das von oben an. Ja, schau. Geil. Das ist geil. Guck mal. Schon mal erste Lage gecheckt, der Chief, schau. Jetzt fliegt er wieder weg. Tschüss. Tschüss, war nett. War nett mit dir, Rayland. Oh Mann, Alter. Okay. Oh, Jetty, muss schon mal an der Stelle. Ich bin aktuell im Mission Row, in der Team 3. Passt, haben wir weggemacht. Ja, 10-4, wir kommen einmal zu Ihnen. Jack, danke fürs Melden. Ich muss dann nämlich schnell wieder zur... Helikopter-LX kommt vor. Wenn du vom PL Tower Richtung, also Richtung westliches Tor fährst, rechts rein und dann links bei den Garagen. Ich muss mal herzliches Dankeschön nochmal raussagen für meine Community, die hier supportet. Jetzt wieder heute wieder so viel, ja, freiwillige Spenden hier reingekommen und einfach nur so Support durch Likes, durch Abos, durch alles Mögliche. Also, falls ihr mich nochmal hier supporten wollt, kostenlos, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt ein Kommentar da lassen, ihr könnt auf Instagram folgen, auf Discord vorbeischauen. Ihr könnt einfach nur den Stream schauen. Ja, ihr könnt euren Freunden davon erzählen, ihr könnt mich verlinken auf Instagram, ihr könnt... Bitte einmal Mission Row, wenn ihr da schon kommt. Whatever. Ihr könnt meine Streams auch teilen. Das ist alles kostenlose Support und, ja, für jede Art von Support danke ich euch vom ganzen, ganzen Herzen. Und für die kostenpflichtigen Supporter auch nochmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße und Kuss an jeden Einzelnen. Ähm, ja, ihr ermöglicht mir da so viele Dinge und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Ja. Also, Grüße gehen raus an jeden Einzelnen. Auch nochmal eine herzliche Grüße an, an meine geliebten Mods, die, ja, ich hab, muss sagen, ich hab das beste Mod-Team aller Zeiten. Ich hab zwar nicht viele Mods, aber dafür hab ich die besten. Ich bin noch nie im Stich lassen und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Draußen brennt's jetzt auch schon. Das Feuer breitet sich irgendwie ein bisschen aus, ne. Die löschen das jetzt nicht von, von außen. Ähm, hat CFD überhaupt Bock? Guck, die haben gar kein Bock. X-FREIT 41 für X-Ray 10. Äh, X-Ray 41. Ah, ich glaub, ah, die fahren grad hin. Ja, da. Ich würde euch noch einen töten, ah, passen wir auf. Ah, da sind sie. Ich würde das jetzt alleine löschen. Okay. Jetzt wird... Der Chief macht das. X-FREIT 43, hört. Ich hab gedacht, das FDC ist mehr. Ah, da müssen ja noch welche kommen, oder was macht Franz? X-FREIT 43. X-FREIT 46. Ach, oh mein Gott, deswegen. Es gibt doch Menschen, die sind austherapiert, den kann man nicht mehr helfen. Ah, Gott, Moment. Was ist denn los? Denken Sie mich mal auf den Stich? Das wusste ich nicht. Das hat einfach keinen Sinn mehr. Man wird einfach von heute, egal, also nicht von heute, seit Monaten ein Arsch. Okay. Das hat einfach alles keinen Sinn mehr. Erstmal haben wir beide... Man wird einfach... Man wird wach und man wird einfach ein Arsch. Ja, wir beide haben komplett falsch an den Fang. Ich bin Franz. Ja, ich bin der Florian. Wie? Florian. Florian, hi. Genau, voll. Ich mach nochmal, meine Ohren heute, ne? Ja, na, ich schrei, schrei. Es tut mir gerade so leid, Alter. Ich hab nicht gewusst, dass die da fett... Stress haben. Du, ich bin ein alter Mann, meine Ohren. Das halte ich nicht mehr. Ja, das können wir auch gerne ändern. Warten Sie mal ganz kurz. Also ich bin der Florian. Hi, Florian. Aber... Das passt. Gut. Nee, also... Da hab ich ja jetzt nochmal einen Schritt rangegangen, dann können wir so weiterreden wie wir wollen. Ja, okay. Gut. Ja. Florian. Florian, geht weiter. In Form gar. Brickman, little Brickman, danke für ein Sub-Gift. Fabian Neuer hat's bekommen. Da hatten wir doch schon mal sicherlich das Vermögen. Ja, bestimmt schon das ein oder andere Mal. Bestimmt. Mir passieren ganz oft irgendwelche Missentaten. Wo arbeitest du denn? Nirgendwo. Ich bin Hobby-DJ, aber ich arbeite nirgendwo. Wer hat dich verarscht? Verarschen ist immer scheiße. Ja, eigentlich kann ich das ja erzählen. Klar. Von daher. Ja, 1 zu 7. Okay. Die 1 zu 7 war. Nee, gar nicht. Ich hab mich da beworben, aber, ja. 1 zu 7, Mann. Ja, komm morgen wieder, komm morgen wieder, komm morgen wieder, komm morgen wieder. Ja, Bruder, ich hab's vergessen. Ja, komm morgen wieder. Ja, Bruder, komm gleich wieder. 10 Minuten. Ja, Bruder, komm morgen wieder, komm morgen wieder. 1 zu 7, Mann. Und das ist, aber das ist doch jetzt nicht, also, dass sie dich nicht haben wollen. Meine Lebensabbedingung, ja, meine Lebensabbedingung, weißt du. Okay. Ähm, x-ray-10 von x-ray-41. Ähm. Ja, dein 10-20 ist nicht im Ruh. Wow. Und weil die dich jetzt abgelehnt haben, ist das die Tiche in. Nee, gar nicht schmack. Da unten ist eine Verfolgung gesagt, ja. Habt ihr die Fahrzeuge? Also, das ist Straßenrennen. Die machen gerade das Straßenrennen schon. Die Armen. Gar keine Chance. Versuch's mal morgen. Versuch's mal übermorgen. Die machen da sicher so vorgefaktete Straßenrennen. Ähm. Gazi-Cat, dankeschön für Kati-Cat. Für 5 Euro mit Überweisung zu können. Hi. Kannst du nur Mr. Unlustig erschrecken? Wer ist gerade gefangen im RP? Wir sind in den innerstädtischen Richtung East-East. Fahren die Unterführung durch. Fahren jetzt auf den innerstädtischen runter. Die 1 in 7 mal. Innerstädtischer Stadt einwärts. Fahren ab. Obergruppe 6. Fahren Richtung. Mirror Park. Fahren jetzt weiter. Die Gruppe 6 Straße entlang. Wer ist mit dem Lamm über die Bande gefahren? Das waren hundertprozentig, ähm. Das waren hundertprozentig Kopfschmerzen. Da. Arjan ist einer der. Oder ein sehr, sehr, sehr regelbewusster Spieler. Ist auch ein Supporter von uns. Und sehr, sehr regelbewusst. Also das waren sicher Kopfschmerzen. Weil es hat auch so gelaggt. Fahren. Äh. Aber krass. Die Polizei ist noch dran. Drehn ihre Runden. Jetzt sind hier. Hier die aufgegabelt. Äh. Hauptplatz. Hauptplatz sind die uns, äh. Zu drinnen. Viel zu schnell entgegen. Komm. Komm. Oh, jetzt kommt die Highspeed Unit mit ins Spiel. Jetzt wird's interessant. Okay. Ich häng mich mal ran an Bros. Dad Yugi-sama, danke fürs VIP-Pro-Werden. Dankeschön. Äh. Wie du? Ich konnte. Äh? Ich, komm. Bei mir ging das irgendwie nicht. Äh? Ach. Ich Idiot. Ich muss ja abbiegen. Ich hab mich gerade ausgefahren. Ich hab mich auf den anderen Punkt konzentriert. Jetzt hab ich auch noch schon- Jetzt hab ich schon einen Zweiten. Schau, wir sind mit dem Taxi herumfahren. Die High Speed kommt da nicht ganz hinterher. Ja, die High Speed weg. Die High Speed ist ja total lost. If you have Rick Shine. Schau nochmal zu Franz. Woah. Schau mal, was die für Kopfschmerzen haben. Ich bringe mich persönlich auch zum Flughafen und zahle dir Tickets nach wohin, wo du willst. Ja, und dann guckst du woanders an, dass du nochmal Luft holst, aber nicht hier runter schmeißen. Weißt du? Ich meine, das ist doch viel besser als... Ja, aber das ist mein Traum. Weißt du, ich habe das gesehen, wo ich klein war. Und ich habe davon immer geträumt, wenn ich mal groß bin. Ich bin lange da hinterher gerannt. Ich habe nur wirklich Monate, Jahre... Nein, Monate sind es gar nicht. Jahre habe ich mir den Arsch aufgenommen. Ich bin Jahre hinterher gerannt und wo es halt einfach... Ich habe hier auf jeden Fall einen schwarzen Lamm. Ich bin eine Faktion auf dem Schwerpunkt hier am Fachladen. Die fahren schon wieder. Blauer ist Frau... Gerade... Das sind so die Verfolgungen, die ich mit Morris haben will. Na ja, Faktion, die leeren. Wo ich mich nicht mit 50 an überdecken. Der macht Selbstmord, weil er von 1 zu 7 mich... Ich war nicht eingeladen. Die heißt bitte? Die gehen rechts ab. Kann man kommen? Achso, die gehen da hinten. Der Lambo ist auch ein geiles Auto. 1 zu 7er sind schuld. Und ja... Da treiben wir links direkt. Aber gut fahren die, trotzdem ist es nicht unbedingt. Gut fahren die nicht. Da haben sie recht. Er hat Geschmack. Der Lambo und die Farbe ist geil. So hatte ich den auch mal. Ich glaube, ich hatte nur ein grelleres Blau. So wie die Keys schon. Das ist das, was am Autohaus vorbeifährt. Ja, okay. Dann fahr ich da nicht lang. Aber das ist ja krass. Oh Gott. Die Einzelmännchen. Oh Gott. Die Einzelmännchen. So. Ah, jetzt kicken sie schon lange. Wie sind die Missing Textures? Ach. Drei und halb Stunden. Drei Stunden. Nach zwei Stunden. Da steigt sich um. Da steigt sich um. Babyblauer Lambo fährt irgendwie in Karlsruhe. Der Gold Heinz. Wer ist denn der Gold Heinz? Kennt man Gold Heinz? Kennt man Gold Heinz? Kennt ihr nicht. Erzählt die ASB-Unit wenigstens schon mal ein bisschen länger hinaus. Dann fährt ihn auf den Krankenhaus. Rolls würde niemals in solchen Jagden dabei sein. Er liegt wieder im Krankenhaus. Ja. Oder er ist in einer Verkehrskontrolle währenddessen. Okay, wedelt, Alter, wie er wieder auf was da abgehängt hat. Alle Highspeeds in einer einzigen Schritt weg. Ich schau mal kurz zu Railern, zwecks dem Brand. Die Fabrik haben es, glaube ich, schon gelöscht. Ich glaube, die Fabrik ist gelöscht. Das tut mir auch leid, dass ich die da jetzt unnötig zusätzlich gestresst habe. Das habe ich nicht gewusst. Ja, die Fabrik ist gelöscht. Oh, jetzt ist der, glaube ich, auch weg. Gleich. Oh, ja, sind weg, Alter. Ich habe das Rennen nun und ist fertig. Irgendwie, Mr. Unlustig. Irgendwie habe ich Bock, ihn zu erschrecken. Ja, aber das korrigiert. Oh, nein. Bei mir, Katie Cat will, dass ich Mr. Unlustig erschrecke. Aber sie hat 357. Jump, scare, on. Was war er schnell? 352. 357. Hätte ich fast den Falschen erwischt. Ja, King17 hätte hier auch ein C-Rex. Hier steht ihm lag. Die Reaktion. Soll ich die hier mal einleiten? Hier maskierte Person. Die größte Zähne, die Tankstelle. Keine Sichtung, Baby Blau. Kadi, den hat sie komplett zresen. Das ist eine ATV. Der 1 zu 7. Der 1 zu 7 auf aktiver Jagd. Kannst ruhiges Fenster aufmachen. Was? Ah, okay. Scheiß drauf, Alter. Ich glaube, es fahren die 1 zu 7er. Die lachen sich sicher da vorne ab. Ja, die sind da. Die sind ja alle unmaskiert da drin. Er ist am besten fahren. Die ist da drin. voll gesetzt aint. Der Fahrer war massiert. Er blöd ist er nicht. Ja. Er hat ja wohl schon einen Abstand eigentlich. Ich hab schon deutlich Dümmeres gesehen. 30 minuten stream auf als fenster war nicht offen da habe ich ihm gesnackt aber wie langweilig der chatty hat ein wirkliches job tag in elf und zwei minuten jetzt mit einem civic vier mann besetzt mit einem alten civic ja aber der kommt warum hätte er auch so nahe ausgenut war jetzt bei jeder verkehrsanhaltung muss noch mal schauen ich muss einmal kurz in mein haus die missing textures beheben an der chat jetzt wird lustig so kann man die dinge nämlich diese textures beheben vorerst richtung nazio richtung westen und nein ja schätzungsweise zwei personen ebenfalls einer person maskiert die haben hier den spaß aber war ich aber ich bin jetzt im nächsten maß wir müssen einfach sitzen bleiben das stimmt ja wir müssen sie zu lange russisch wird leer ich bin so als episch break sicht kontakt und wir folgen müde wieder weg aber ich glaube das hat auch nicht gecheckt ich habe keinen antagen wirklich ich glaube gerade ist noch ich habe gerade eine verfolgung gesagt aber ist krass ne ich habe die kopf wir sind eigentlich alle nur adam sind jetzt ne wird auf den bmw fahrer ja der ist job center links abrichtung fahrschule die hat sich komplett zerschossen ich gehöre mich dann gleich ums auto mit reifen und so ich suchte jetzt manuell hinter parkhaus links abgebogen da ist ein tuning treff guck mal so geil kleines tuning treff am hauptplatz vorbei rechts abgebogen wir wissen wie die heißen die verfolgungsjagd machen aber dann kann ich mir ein weiter gerade vorne werden verfolgt das ist nur immer agent hier ist das agent der blaue lambo da sind auch immer die beiden ich glaube die fahren das rennen noch fertig wir fahren safe das rennen fertig so wie wir damals wir fahren uns die an wir fahren uns nicht mehr wir fahren uns nicht mehr wir fahren euch wieder rein und fall durch Hauptplatz. Er war inzwischen, der ist ja schon mal entkommen. Der Tank ist ja nicht unendlich, sondern der hat einfach getankt inzwischen. Er ist ja schon nichts mehr entkommen. Er trifft was mit einem Dickover. Bei solchen Verfolgungsjaggen wäre ich gerne mit am Fahren. Oder der Flüchtende. Der schwarze SV, den haben sie auch wieder. Werden der Schwarze, wenn sie inzwischen tanken. Die Straße ist ganz gefährlich. Sichtkontakt wird schwächer. Halt, wie siehst du dann? Mein Beifahrer kommt. Oder Agent, er fährt ganz gut. Fährt geradeaus Richtung Ölfelder. Fährt ganz gut. Fährt ganz gut. Fährt weiterhin gegen Verwand. Das war jetzt knabig. Fährt innerstädtischer gegen Verwand weiterhin. Scheiße, oh schon ein Ding hat er. Er hat mich jetzt da jetzt schon über... Schau, den Mustang hinten hat es schon wieder fast überschlagen. Fährt innerstädtischer weiter. Fährt Pilbox ab. Fährt jetzt am Pilbox vorbei. Ja, Chad, wir pushen mal zu den... Aber der Fahrer hinten ist auch gut. In wieder Richtung Hauptplatz. Der Fahrer hinten ist auch gut. Fährt am Pilbox vorbei. Chad, wir pushen zu den 25 Leits. Fährt immer noch geradeaus am Schöpfweg vorbei. Ich hab von der Pilbox wieder, da war alles gut. Kein Stress. Ne, drei Viertel. Es ist abgebogen, der fährt gebraucht worden. Blauer Lambrou. Ja, roten blauer Lambrou. Er hat Unterführung jetzt Richtung Arcadius. Arme Arcadius vorbei. Ja, Achtung, der Ding fährt die ganze Zeit hinterher. So, kein Schluss. Rägt ab hinterm Parkhaus. Ah, jetzt komm. Das ist immer nur ein Quick Fix mit der Scheiße. Nö, egal. Rägt jetzt ab. Rägt jetzt ab. Rägt nochmal ab Richtung... Äh. Rägt mit meinem Game safe thrashen. Rägt letztes. Rägt Richtung Hauptplatz wieder. Rägt rotes Parkhaus. Ich brauch ihn doch nicht hier nachgeben. Stark gefahren aber. Aber ich hab keine mehr hinter mir. Stark gefahren. Ich muss mal ein Relog machen, Alter. Informativ letzte Sichtung. Nähe rotes Parkhaus. Der Fehler ist leider nicht auf 3.0 gefixt. Nämlich der Fehler liegt an meinem PC. Den ich irgendwann mal in Zukunft upgraden muss. Nämlich richtig upgraden. Und jetzt zieht er mir ein 5M Update. Wenn es danach nicht mehr geht, Leute, ja, dann scheiße. Aber was mich wundert, ist, heute ist wenig mit Adminfall. Also, Spieler sind happy. Läuft, Alter. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub das. Taugt mir. Story check. Passt, wir sind schon wieder im Game. Wir connecten schon wieder. Wir sind schon wieder... Wir sind schon wieder dabei, Alter. Aber ja, die Performance wird auf 3.0 auch besser sein. Ganz klar. Weil, ja. Es hat schon ein neues Framework. Alles viel besser. Nein, war kein Gamecrash. Ich bin freiwillig. Nach 3 Stunden hab ich nur Missing Textures. Und ich weiss, dass es kurz davor ist, dass mein PC crasht. Ja. Wir haben 25 Likes erreicht, oder wie? For real? Hammer, oder was? Ey, das wär ja geisteskrank. Quedelkartoffel und Dup-Dup. Erbsensuppe und Washed. Pommes, Riftes mit Ketchup. Und, äh, Bier für den Dorscht. So. Ist jetzt noch irgendwo Stress? Funk ist gerade ruhig. Weiss nicht, ob es das gerade... Hier. Wir haben 22. Ich hätte mich jetzt gewundert, hätten wir so schnell 25 gehabt. Gut. Ja, da ist kein Stress mehr. Leute, es ist offiziell. Es ist kein Stress mehr. Gucken wir mal. Was ist eigentlich jetzt noch alles dazugekommen? Gibt es irgendwelche neuen... Gibt es Spieler? Fröhlich für einen PC-Upgrade, damit das Spiel mal besser läuft. Ey. Fröhlich. So... So war das jetzt... So war das jetzt nicht gemeint, dass ich Geld brauche. Im Ding. So war das... So war das definitiv nicht gemeint. Und das Spiel läuft ja wirklich gut. Ich meine, für das Setup, was ich habe, läuft es ja wirklich perfekt. So ist es ja nicht, ne? Aber... Es... Es könnte schon wahrscheinlich besser sein. Aber ich bin zufrieden mit dem, was es ist. Wenn es alle drei Stunden... Vor allem, es ist ja eigentlich nur ein Homeland-Ding. Ja. Aber danke, fröhlich. Dankeschön. Ähm... Wer auf dem Kran ist, glaube ich, tot? Stimmt. Da könnte man mal hinschauen. Wer war denn das noch mal schnell? Ich bin noch mal Franz. Magis. Wie wärst du doch bereit, zur Baustelle zu kommen? Nein. Er lebt noch. Ich weiß nicht, wie weit du dich hoch traust, aber so... Wir treffen uns auf die Hälfte. Auf der Hälfte oder so. Keine Ahnung. Okay. Dann wo ist denn die Hälfte? Ja. Bis gleich. Er lebt noch. Das werden wir sehen. Aber ein bisschen müssen wir runtergehen jetzt. Ich gehe vor. Du gehst nach mir, Florian. und dann kommt Doktor Nox hinter dir, ne? Nein. Okay, dann... Okay, der lebt noch. Der hat sich noch mal ein Herz hier gefasst. Ja, ja. Genau. Ähm... Ich weiß nicht, was mit dem Kartell ist, weil wir waren da. Wir waren da dabei. Jenny Miller. Der Teil davon macht gerade... Oh. Link intent, benötigt deine Abholung am Oceans. Zwei Personen. Also ist die Highspeed-Unit aber ganz schön verunfallt. War noch die noch vorher, was machen die schon wieder ein paar Lieder? Vielleicht ist das das Kartell? Das ist sicher das Kartell da oben. So viele Leute... Die bauen sich ja an oder so. Die machen sich irgendwelche Drogen. Am Hauptplatz oder was? Also positiv. Ach du Scheiße. Ach doch. Doch, das ist das Kartell. Das sind die... Die bereits fort. Ach du heilige Scheiße. Forty David geht, Ten Seven. Ich wünsche euch noch ein angenehmeres... Hey, schaut euch das mal an, Freunde. Ciao. Ach du heilige Scheiße, Alter. Die machen was für die Umwelt. Die machen da riesen... Riesen... Die machen da riesen Pflanzaktionen. Ey, aber was ein geiler Spot auch, ne? Was ein geiler Spot. Gut, beruhig dich, Katze. Heftig. Feier' ich. Cool. Ja. Aber, Freunde der... Der... Der gediegenen Sonne... Das ist mal richtig viel Gras. Das ist richtig viel Gras. Aber, Freunde der gediegenen Gesangsmusik... Leider. Ich habe im Moment... In real life... Sehr viel zu tun. Und... Ein bisschen Stress. Deswegen... Freue ich mich umso mehr, dass ich heute überhaupt... Kraft und... Zeit gefunden habe, hier... Zu streamern. Aber... Ich will mir noch die restliche Energie dann für morgen sparen. Weil ich... Ja... Brauche diese Kräfte. Und du denkst, es ist sicher Sonntag und so. Ja. Können ja mal. Ich kann es... Ja. Diese private Zustände, die gerade ein bisschen... Gerade ein bisschen Stress... Ich bin... Positiver Stress. Es ist nichts Negatives. Es ist guter Stress. Aber es... Zehrt halt an Kräften. Aber es ist was Tolles. Aber ja. Du kriegst halt Zeit und Energie. Aber man macht es ja gerne. Aber ja. Deswegen... Würde ich für heute den Stream beenden. Und... Ja. Würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream. Vielleicht... Maybe... Kommt morgen noch einer. Ich liebe es am Sonntag zu streamen. Vielleicht kommt morgen einer, wenn... Nicht irgendwie was... Kommt und irgendwie... Ja. Mal noch beschäftigt ist. Sonst sehen wir uns... Die nächsten Tage. Also bitte nicht wundern, falls in nächster Zeit... Vielleicht nicht so häufig gestreamt wird. Erst dann, wenn ich mit dieser Sache fertig bin. Dann kommen erst wieder regelmäßig. Und dann aber auch häufig wieder Streams. Aber bis dahin ein bisschen... Ja. Lass mal ein bisschen so die Zeit wirken. Und... Ja. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo da. Geht's nach dem Stream in die Kommentarsektion. Und lasst ein Kommentar da. Ähm... Ob ihr... Mehr Tesla-Action sehen wollt. Oder ob's ihr... Was wollte ich schon sagen? Ja. Ob's... Ob euch dieser Homeland-Stream gefallen hat. Ja. Abo rauf. Klocker aktivieren. Kommentar da lassen. Like auf den Stream. Instagram auschecken und Discord. Dann habt ihr alles gut. Ich sag... Danke für alles. Danke an alle, die hier kostenlos... Oder kostenpflichtig unterstützt haben. Und danke auch mal... Meine Liebten-Mods. Lust geht raus an euch. Wünsche euch alle... Ganz lieb gedrückt von mir. Und... Wunderschöne... Gute Nacht. Bis dahin. Tschüde lü.